Welcome, welcome meine Freunde, einen wunderschönen Montagabend. Schön, dass ihr es wieder mal geschafft habt, bei uns euch hin zu verlaufen. Wir haben Montag, den 18. September. Neben mir ein wunderbarer Gast, der heute nicht nur wunderbar aussieht im Gesicht, weil er ein hübscher Mensch ist, sondern der auch wirklich mal ein wahnsinnig gut aussehendes Oberteil anhat. Welcome, welcome an Benji. Assalamu alaikum. Hinter der Kamera, versteckt, der Mann, dessen Gesicht das gefragteste ist seit Ray Mysterio. Will jeder wissen? Nislek aka fucking Rizlek. It's never gonna happen. Welcome, welcome an Embree. Dankeschön, dass du hier bist. Servus, servus, servus. So mit dabei hinten auf unserem Monitor, auf unserem Zero. Wow, what a beautiful lot. Hat Hennes mit seinem Beschützer bei jedem Heimspiel, der ihn aber straight über den Platz gezogen hat. Hennes. Digga, er hat aus wie seinen Hund gemacht. Von Köln, wirklich. Hennes mit seinem Hund beim Heimspiel gegen Tisri Hoffenheim. Auf dem Platz vor Ende. Digga, er war so reverse that shit. Er war so, Bruder, wie fühlt sich das an, hä? Wie fühlt sich das an? Ich schwöre, Alter. Geil, Alter. Du kleiner Bastard. Hörst du, wie es sich anfühlt? Zeig, Digga. Gib dir eine mit. Wir hatten eine sehr interessante Woche, Freunde. Ja, war ein supergeiles Fußballwochenende. Schönes Trikot, was du an hast, finde ich. Dankeschön. Sehr, sehr schönes Trikot, Digga. Dankeschön. Für alle, die nicht sehen, Sabri trägt ein Hertha-Trikot, retro, weiß gar nicht aus welchem Jahr. Ich glaube, early 2000er sogar, 90er, mid-90er, kontinentale Blau-Weiß-Adidas. Sehr, sehr geil. Und ich trage, Freunde, ein Galatasaray-Trikot, ich weiß nicht aus welchem Jahr. Kurze Story dazu. Seht ihr meine Insta-Story? Ich habe mich komplett im Auto zugesaut und habe gesagt, Sabri soll mir was mitbringen. Er hat mir die Auswahl zwischen dem Galatrikot und einem pinken Basketball-Trikot gegeben von seinem Dime-District. Hätte ich auch gerne getragen, aber ich glaube, für die Turken mache ich das. Für die Turken. Für die Champions League, die losgeht nämlich am Wochenende, am Dienstag- und Mittwoch, Freunde. Es geht los. Wir gehen rein. Endlich ist es wieder soweit. Die Mission-Titel-Verteidigung für Manchester City kann man, glaube ich, offen und ehrlich so sagen. Die werden da auf jeden Fall mit dabei sein. Es gibt aber einige, die sich dagegen wehren wollen, wie zum Beispiel Galatasaray. Jim Wum Wum. Oder Union Berlin. Free. Die übrigens am Wochenende gegen mein neues Lieblings-Team Wolfsburg verloren haben, Freunde. Sehr, sehr stark gemacht, die Wolfsburger. Seitdem Edin Dzeko da war, gibt es eigentlich nichts anderes mehr, was da zu ernennenswert ist. Oder wie hieß der andere? Grafit. Ja, das war eine geile Zeit. Da ist Schmitzi auch Wolfsburg-Fan geworden. Der Einzige im Stadion. Und Real Madrid dann natürlich auch hier den Wunsch, gegen Union zu gewinnen im Santiago Bernabeu. Die spielen nämlich am Dienstag oder Mittwoch am Mittwoch. Da ist aber Sabri in München. In München. Beim Spiel gegen Manchester United, Freunde. Das wird auf jeden Fall ein heißes, heißes Matchup. Aber auch die anderen, wo wir uns sehr, sehr drüber freuen. Aber da gehen wir dann später nochmal über zur Champions League. Da kommen wir dann nochmal zu. Wir haben heute auch einen geilen, geilen Gast mit dabei. Ein Albader von den Lilien, die ihren ersten Bundesliga-Punkt geholt haben, meine Freunde. In dieser Saison. In dieser Saison. Ja. Geil. Dankeschön. Ja, richtig. Kein Cap. Kein Cap. Schön. Ja, wir haben Klaus am Start. Für die von euch, die ihn vielleicht nicht beim ersten Wort kennen, googelt ihn. Er ist ein Macher. Er ist der Mann, der als einziges über Jahre hinweg einen Helm getragen hat. Klaus Gia-su-la. Ich würde sagen Gia-su-la. Aber ich weiß nicht. Gia-su-la. Gia-su-la. Ich glaube, es ist Gia-su-la. Wir freuen uns sehr drauf, Freunde. Der wird auch noch kommen. Und ansonsten haben wir natürlich wie immer ein Bundesliga-Rap-Up mit am Start. Erste, zweite Liga. Wir haben wirklich interesting Shit am Start gehabt. Wir haben am Freitag schon die Watch-Party gemacht zu Bayern gegen Leverkusen. Das Ganze war auf dem Dime-Time-Kanal. Wenn ihr das verpasst habt, checkt mal den Kanal ab. Der Link ist in der Beschreibung. Da haben wir gestreamt. Ich glaube, da gibt es gar nicht mehr so viel zu sagen, außer dass es ein geiles Match war. Wir haben schon viel drüber geredet. 2 zu 2. Taff. Taffe Schiri-Entscheidung am Ende auch. Aber 19 Minuten konnte per Elfmeter von Leverkusen ausgeglichen werden. Und somit haben beide einen Punkt nach Hause geholt. Und Leverkusen bleibt Tabellenführer erst mal. Ja, also sehr interessant das ganze Spiel. Wenn man sich jetzt einfach nur das ganze Spiel angeschaut hat, kann man schon sagen, dass das 2 zu 2 eine faire Nummer ist. So ganz grundsätzlich von der... Da werden dir die Bayern-Fans nicht zustimmen. Doch. Ich glaube, auch die Bayern-Fans werden sagen, wir haben Leverkusen nicht komplett durchdominiert. 2 zu 2 einfach nur aus dem Aspekt, dass es ein gleich gutes Spiel war, meiner Meinung nach. Das hat, glaube ich, auch Thomas Müller direkt nach dem Spiel gesagt. 2 zu 2 kann man mit leben so. Das ist jetzt nicht das Problem. Die Art und Weise, wie sie den Elfmeter dann am Ende kassiert haben. Das war, glaube ich, so ein bisschen das, wo die Bayern-Fans ein bisschen in Krise gegangen sind. Aber passend zu der Krise von Bayern, könnten wir mal hier... Pull up the... Was denn? Niklas, das Meme ganz oben. Es ist ein Pull up the... Pull up the goddamn Meme. Oh, ein Twitter-Post? Einen Twitter-Post haben wir, Freunde. Und ja, schwere Zeiten. Bayern-Fans, wenn eine andere Bundesliga-Mannschaft mal genauso wie sie gespielt haben. Jetzt kann ich aber anfangen vorzulesen. Mein letzter Tweet für heute von Marcel FCB. Er ist den da drunter, oder? Er ist den da drunter, den älteren. Achso, ja, sorry, sorry. Er sagt, ich habe ohne Witz ein bisschen Tränen in den Augen, weil das heute so ein unfaires Spiel für uns war. Wir müssen langsam echt vor einem Sportgericht treten. Denn es kann nicht sein, dass die Schiedsrichter sich alles gegen uns erlauben. Der Fußball ist heute gestorben. Das war schon erst so krass. Digga, erst mal als Bayern-Fan, wie kann man sich so krass in die Opferrolle stellen? Aber wir lesen noch den zweiten Tweet. Mein letzter Tweet für heute. Das Spiel wurde bewusst manipuliert, sodass wir keine Chance hatten zu gewinnen. Und die ganze Fußball-Nation lacht uns dafür aus. Das grenzt schon an Mobbing. Was der FC Bayern erleben muss, die Bundesliga ist finished. God damn. Also es könnte jetzt aber auch die Satire des Toten sein. Wenn ein Tweet mehr Antworten als Likes hat, dann weißt du auch, dass da irgendwas ganz dicht ist. Anscheinend auf jeden Fall einfach wirklich ein salty Mensch, Alter. Wie kann man salty sein grundsätzlich? Wie kann man sich selber, vor allem wie oft guckt man Spiele und man dachte sich, ah okay, ein bisschen Bayern-Bonus. Du musst ja wirklich an diesen Level kommen. Salty sein ist ja nichts Neues so. Aber im Internet immer salty sein und auf dieses Level kommen, sodass du dann wirklich auch der Weinung bist, dieses öffentlich-offensiv zu verbreiten. Hier ist gerade was passiert und ich muss das posten. Oder ich muss da jetzt was zuschreiben. Ich muss mich da jetzt online drüber aufregen. Ich muss den beleidigen. Ich finde, das ist immer schon mal so Next Step. Dann fühlst du dich richtig mies behandelt. Ja, der Bray hat sich das Spiel anguckt. Und ich meine, okay, fair enough. Neunzigste Minute. Was haben wir für eine Situation? Ich glaube, Hofmann mit Alphonso Davies war die Situation. Fonzi Davies will zum Ball gehen. Hofmann macht es übelst schlau, sieht man. Aber wenn man sich die Situation anguckt und das einfach nur so bewertet, was ist ein Foul? Du knallst jemanden um oder Sonstiges und dann kann der in dem Moment das, was der ausüben wollte, nicht ausüben so mäßig. Aber da war es ja, fand ich, wirklich so ein, er fällt schon gefühlt, während sein Fuß so kommt. Er weiß jetzt, dass er sich da gut positioniert. Er ist smart halt, aber ist ja auch nicht der Erste, der das macht. Aber Leif pfeift er das nicht, geht in die Boof, VAR, eine Sekunde, er geht wirklich hin, bam, sofort Elfmeter. Ja, das verstehe ich nicht. Das habe ich abgefragt. Und dass Schiris dann teilweise wirklich so direkt entscheiden, finde ich schon ein bisschen fragwürdig. Das war ja nicht die einzige interessante Entscheidung von Schiris an dem Wochenende, würde ich mal sagen. Ja, das ist natürlich bei dem Spiel für die Bayern-Fans das größte Skandal. Für die Leverkusener oft, ja, es ist ganz klar ein Foul. Am Anfang habe ich auch gedacht, so ey, weil Thomas Müller hat im Nachhinein gesagt, so hat gesagt, für ihn ist es kein Elfer, und ich dachte, was labert der, Digga, so würde ich ihn gar nicht einschätzen. Aber so wie er es dann erklärt hat, als er es da gesehen hat, wie er es schon gemacht hat, würde ich ihm dann auch schon recht geben. Also es war natürlich schon interessant. Man kann es geben. Das Ding ist ja, davor gab es ja noch die Musiala-Aktion. Hat man einfach nicht einmal sich angeguckt, haben wir nicht einmal mehr im Fernsehen gesehen, ob das wirklich ein Elfer war oder nicht. Ich habe keine Ahnung. Ich habe es bis heute nicht nochmal gesehen, ehrlich gesagt. Chat, falls ihr wisst, sagt mal, gab es einen Kontakt bei dem Ding, bei Musiala da am Ende? Wenn es gewesen wäre, hätten wir es bestimmt nochmal gesehen. Denke ich halt mal irgendwie, ne? Wenn es wirklich umstritten wäre, dann hätte man es vielleicht nochmal gesehen. Kann man aber auch wirklich sagen, also objektiv sagen, Bayern wurde hier nicht krass benachteiligt. Ne, es war ein gutes X-Game einfach. Es war einfach ein X. War ein gutes, interessantes X-Game. Wie viele Tore hat jetzt Boniface eigentlich, weißt du das? Der hat kein Tor geschossen. Insgesamt jetzt in der Liga. Vergleichst du Harry Kane, weil man die doch jetzt die ganze Zeit so gegenüberstellt natürlich. Wer hat mehr Tore? Boniface oder Harry Kane? Natürlich erstmal... Nee, Harry Kane hat glaube ich noch mehr, oder? Girassi, aber Boniface hat vier Tore. Ah, ja, okay. Und Kane hat... Kane hat auch drei, oder? Zwei? Also Tell hat zwei. Ah, Harry Kane hat auch vier. Ach, vier. Auch vier. Beide vier Tore. Beide auch vier. Okay, das wurde so komisch angezeigt, dass ich es gar nicht erkannt habe gerade. Werfen wir direkt mal erstmal da einen Blick drauf. Ja. Ja, Behrens auch da oben mit dabei auf Platz. Also den Platz drei, den teilen sich halt Boniface, Behrens und Harry Kane. Genau. Jonas Wind auf Platz zwei mit fünf Toren, der auch wirklich eine starke Saison gerade spielt. Und Girassi mit acht Toren. Wahnsinn. Da kommen wir gleich auf jeden Fall noch zu, Freunde. Was der bisher abreißt. Wir haben noch ein Bild von Boniface mit einem Fan, glaube ich, oder? Da kam noch was rein, Freunde, auf dem englischen Account von Bayer Leverkusen. In Skechers. Ja, deswegen Fan, dachten die, weil der in Skechers kam, Digga. Goddamn, ey. Post in Leverkusen. Hm. Wie sind so die Antworten auf den Tweet? You're forcing it so hard. Harry looks scared. Ja gut, die haben jetzt nicht so die internationale Reichweite mit den Antworten. Aber wobei, eine Million Mal angezeigt. Also das ist tatsächlich Englisch. Kane accepts the challenge for the best striker challenge in the Bundesliga season. Let's see who will be the fan at the end. Better do not have spoken out loud, maybe you'll regret it. Das sagt Andy Dine. I think he's a Bayern Ultra. I guess so, I guess so. Ähm, yes. Alright, dann würde ich sagen, bei Bayern sind wir eigentlich relativ fix durch. Das war ein geiles Spiel. Was ist das für ein Meme, was da noch im Dingsums war? Das war das Meme. Das Meme war der Dude. Das war der Dude, der da rumgelegt hat. Ah, okay, I see. Okay. Das war das. Ja. Das war das. Aber ey, ich finde, ein geiles, enges Match für die Spitze hat einen Unentschieden verdient. Das ist geil, dass die Bundesliga spannend bleibt. Ich hätte es natürlich auch, ehrlich gesagt, ein bisschen Leverkusen gegönnt. Einfach mal, um ein bisschen danach umzubringen. Aber die Chancen sind ja noch da. Unter anderem sind auch die Chancen für den VfB momentan da. Das ist auch ganz abgefuckt, Alter. Wir haben gerade drüber geredet. Guirassi mit acht verdammten Toren, Freunde. Acht Toren nach vier Spielen. Damit bricht er den Rekord nicht, also keinen richtigen Rekord. Aber damit ist er schon mal besser, als Lewandowski jemals in die Bundesliga-Saison reingestartet ist. Der Einzige, der es besser gemacht hat, ist schon lange her. 66, 67, glaube ich. Einer von Bremen mit neun Toren, wenn ich mich nicht irre. Also Guirassi wirklich krasser Start. Leverkusen, Leipzig, Stuttgart natürlich auch krass viele Tore jetzt am Anfang geschossen. 5-0, gut, dann halt auf die Fresse kriegt 5-1, glaube ich. Und dann nochmal 5-0. Also ist auf jeden Fall stark. Guirassi jetzt ganz knapp hinter Peter Meier, der damals den aktuellen Rekord hat. Digga, wer ist Gerd Müller? Halil Altentop! Digga, einfach Halil Altentop auf dem Betzenberg. Vor allem, da heißen einfach zwei Leute sogar Müller. Dieter Müller und Gerd Müller. Und Gerd Müller. Beide in derselben Saison gleichzeitig gut reingestartet. Aber Halil, Halil! War er mal bei Galatas reingespielt? Nee, Hamid. Genau. Das ist der Stürmer von dem Bruder und der andere war so der Sechser. Aber Hamid hat die krassen Tore geknallt. Diese so von, keine Ahnung, 30 Metern und so. Wo hat er gespielt? Bei Mainz, ne? Nein. Oder war es Halil? Halil hat bei Kaiserslautern gespielt und ich glaube, Hamid hat dann auch bei Schalke gespielt. Auch Lautern, glaube ich. Und Bayern. Wieder crazy Fake News hier at this point. Bayern. Bayern. Bayern, Hamid, danach Real Madrid und dann auch Galatasaray. Klingt Fake, ist aber nicht. Galatasaray, Freunde. Also es war auf jeden Fall ein tough, 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 toughes Match für die Stuttgarter. Aber die haben es am Ende für sich entschieden. Am Ende 3-1 klarer, als es am Ende, als es war das Spiel. Es war so ein trockenes Spiel. Zur ersten Halbzeit gandt es, glaube ich, auch noch 0-0. Ich selbst habe ja, glaube ich, 2-2 getippt. Und deswegen dachte ich zur Halbzeit, oh geil, das wird immerhin ein Punkt bei Kicktipp. Am Ende ist der Knoten geplatzt. Gerasi hat das Ding sehr, sehr sexy gemacht. Nicht nur einmal, nicht nur zweimal. Dreimal. Der schmeckt, der Dreierpack. Er ist auch sehr torgeil, ist übelst eiskalt, ist ein Spieler, wo ich nicht verstanden habe im Sommer, weil der hat bei Stuttgart, fand ich, letzte Saison schon so klar gezeigt, dass er ein richtig guter Stürmer ist, dass kein anderer Bundesliga-Verein ihn weggeschnappt hat. Also weil er war auch zu haben, tatsächlich. Lodder hat doch gesagt, die sollen ihn holen. Die Bayern sollen die holen. Bayern, Gerasi wird auch knallen wahrscheinlich. Ich meine, ja, am Ende natürlich eine viel günstigere Lösung als Harry Kane, aber Harry Kane ist super sexy. Also muss man ja sagen, das bockt, das ist ein geiles Ding für die Bundesliga. Da will gefühlt auch Bayern dieses Prestige haben, den besten Stürmer, den es da draußen gibt, das jetzt einfach so mäßig geholt zu haben. Aber, ähm, ja man, meins, meins. Wer liegt da auf dem Boden, Alter? Hier, Niklas hat ein Bild angezeigt, wie Gerasi die Bundesliga-Verteidiger aussehen lässt, mit einem Spieler, der sich wirklich den Neck gebrochen hat. Es sieht auch eher so aus, als ob das ein Spiel beim Sidemen-Charity-Match gewesen wäre, wenn man mal schaut, was da an seinem Arm alles dran ist. Das wäre so nicht erlaubt in der Bundesliga. Aber, äh, ja man, also er lässt die wirklich krass alt aussehen. Acht Spiele nach, acht Tore nach vier Spielen ist schon, ist ja nicht so, dass er jetzt in jedem Spiel zwei Tore geschossen hat. Er hat ja einfach geknallt, jetzt nochmal drei gemacht. Und damit ist er auch Platz eins der Torjägerliste momentan in der Bundesliga, mit einem Markwert, der nicht mal im Ansatz so hoch ist, wie von Harry Kane, der bei 90 Millionen steht und Gerasi bei 14 Millionen. Xavi Simmonds auf der Vier übrigens mit 40 Millionen Markwert und drei Toren, der sich aber auch an den dritten Platz. Das stimmt, der dritte Platz wird schon mehreren geteilt. Alles ist auf jeden Fall interessant, aber ich sage es immer so, lobt den Tag nicht vor dem Abend. Lange Saison. Genau. Krasser Start jetzt. Wer weiß, wie lange sich das hält für Stuttgart. Wer weiß, wie lange die es gut halten. Ich finde sie auf jeden Fall geil. Ich freue mich auch schon drauf, dort mal wieder ins Stadion zu gehen, weil es ja so umgebaut ist. Ich darf nur sagen, weil die so geile Würste haben. Naja, die haben Maultaschen, die waren aber nicht so lecker. Die waren gekocht und nicht gebraten. Deswegen habe ich die nicht so gefeiert. Aber die haben ja die komplette Gegentribüne umgebaut oder Haupttribüne sogar. Ist es jetzt fertig langsam? Im Januar, glaube ich. Und die haben einen krassen neuen VIP-Bereich, Digga. Da müssen wir eigentlich mal hingehen, wenn ich einen Vlog mache. Und zwar haben die einen Spielertunnel, der auch verglast ist, wie in City. Dass du quasi im VIP-Bereich den Spielertunnel siehst. Ach, krass. Da müssen wir eigentlich mal hin. Da muss man hin eigentlich. Da muss man auf jeden Fall mal hin. Insgesamt Mainz, ja, was soll man sagen, katastrophaler Start für die dann am Ende natürlich. Ja, woran hat das gelegen, ne? Es gibt halt nur einen, der am Ende entscheidet. Das ist der Richter. Der Richter entscheidet am Ende, ob du in Knasch gehst oder ob du absteigst oder ob du drin bleibst. Nein. Ja, was soll man sagen, Alter. Bei Mainz hätte ich auf jeden Fall mehr erwartet. Die starten richtig katastrophal in die Saison. Ein Punkt oder so bis jetzt. Das ist tough, Alter. Ihr seid nur ein Karnevalzwein. Karnevalzwein. Naja, Mainz hat es auf jeden Fall schwer. 3, 2, 1, Mainz. Ende des Monats, in zwei Wochen bin ich dort. Ich bin sehr gespannt. Ah, erstes Mal. Ich bin sehr, sehr gespannt. Ich bin ja kein VIP-Ticketkäufer. Aber es war alles ausverkauft. Und dann gab es, habe ich nochmal geguckt, als nochmal Tickets zurückkamen. Dann gab es Tickets Haupttribüne für 70 Euro. Und dann habe ich 30 Euro mehr, habe ich dann VIP gekauft. Das Meer, come on. In Mainz jetzt? Ja, da kann man für 100 Euro auch, anstatt 70 Euro normales Ticket, kann man 30 Euro mehr aufnehmen. 70 Euro normales Ticket? Ja, weil das hätte ich safe beim Essen und Trinken ausgegeben. God damn. Naja, Haupttribüne halt. Ja gut, Hertha, Oberringen, habe ich 40 Euro bezahlt. Zweite Liga. Ja, okay. Schu, schu, schu. Weil es dann nicht mal da war. Inflation, Inflation, Inflation. Aber krass, ey. Bei tough, wirklich tough für Köln, für Karneval, für Mainz. Also war auf jeden Fall kein guter Saisonstart für die. Nee, Mann. Sie hatten sich bestimmt mit Richter was Neues erhofft, nachdem er dahin gewechselt ist. Aber bisher soll es nicht sein. Ich bin gespannt. Er ist gestartet jetzt auch, glaube ich, das erste Mal. Bis zur 60. oder 65. Dann wurde er ausgewechselt. Aber von Mainz, ja. Es war ein toughes Spiel. Also es war kein entscheidendes 3-1 einfach. Es war ja sehr, sehr lange unentschieden. Genau, es war 84. kam das 2-1 von Girassi und dann 90. das 3-1. Die sind mit diesem Letzter. Gott. Dein Punkt. Da hat ja selbst Darmstadt eine bessere Tordifferenz. Ja, wir quatschen ja auch gleich mit Klaus Jasula über das Spiel Darmstadt. Oh, das ist ja jetzt gleich schon soweit. Gegen Gladbach, genau, ja. Ist er schon im Discord oder noch nicht? Niklas sagt uns Bescheid, denke ich mal, ne? Auf dem Discord ist er mir schon. Aber noch nicht. Beauty. Also, da werden wir gleich auch nochmal zu kommen, Freunde. Mit dem werden wir auch über das Match spielen. Weil in Darmstadt war ja auch sehr, 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 sehr viel los. Da kommen wir aber gleich noch zu. Ich würde sagen, als allererstes, wollen wir über die Schwarz-Gelben schon sprechen? Wir können über die Schwarz-Gelben sprechen, weil die haben sich nämlich in Freiburg, das war eine richtig, richtig interessante, toughe Partie, schon wieder diese Ups and Downs, die jeder Dortmund-Fan aktuell mitmachen muss, im Spiel wirklich, in einem Spiel wirklich fünf Jahre Leben zu verlieren, so kann ich mir nicht anders vorstellen. Wieder ein Hin und Her, Hummels kommt da rein mit dem Kopf, zack, und dann kassieren die. Grilic hat sich, äh, nicht Grilic, Gregoritsch, Gregoritsch hat sich verletzt. Und dann kam Grifo, ich glaube in der 30. Minute oder so, und dann auf einmal hat Freiburg so geklickt, die hatten schon ein paar gute Angriffe, zwei Assists von, ähm, von Grifo, glaube ich, bei einmal Nikolas Höfler und einmal Lukas Höhler. Beide 45. Ja, ja, die haben sehr, sehr, also das war nicht 45, das war, glaube ich, plus vier oder fünf, irgendwann in der Nachspielzeit. Und dann dachte ich auch wieder, als die in die Halbzeit gegangen sind, ja, Bruch. So musst du auch erstmal, Digga, in die Halbzeit gehen, das ist schon vorbei. Und dann, bam, von 1-0 aus Dortmunds Sicht auf 1-2 nochmal gedreht. Und dann rauszukommen, mit der Motivation nochmal. Ja, Daniel Malen knallt dann ein Ding, Nikolas Höfler, Chico Höfler, leider rote Karte bekommen. Und da gab es ja auch so eine Riesendiskussion. Dann sind wir wieder bei den Schiedsrichtern. Denn, ähm, der Capitano von Dortmund hat am Anfang des Spiels, glaube ich, relativ am Anfang, auch ähnliche Situationen, tritt auch einem Spieler komplett auf den Fuß, so wie Chico, hat keine rote bekommen, Chico kriegt 82. Rot. Und dann, dann ist das Ding durch. Dann ist das Ding durch, ja. Dann ist das Ding durch. Dann schmeckt die MerkOS in Freiburg für die Dortmunder gleich doppelt so gut. Und dann hat Marco Reus auch nochmal geknallt, ne, in Nachspielzeit. Függug auch seine erste Vorlage gemacht für Dortmund, kommt auch mal auf die Liste irgendwie drauf jetzt. Piszczek guckt ja auch noch immer noch jedes Dortmund-Spiel. Piszczek, 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 Guck noch jedes Dortmund-Spiel, habe ich gesehen. Und der macht aber immer nur eine Story vom Spiel, wie er guckt, wenn Reus aufs Feld kommt. Die letzten Storys über Dortmund-Spiel von Piszczek waren immer nur, wenn Reus noch eingewechselt wurde. Also da scheint immer noch eine Special Connection zwischen denen zu sein. Der soll mal lieber Storys machen von Hertha. Abo, Piszczek. Der war doch bei uns. Was? Der war schlimmer bei uns damals? Ja, genau. Wann war das? 89 oder was? Nö, einfach bevor der zu Dortmund ging. Krasse. Das wusstest du aber. Ich hab mal gehört, aber ich weiß nicht. Ich glaub, Favre hat den zu einem Rechtsverteidiger bei uns gemacht. Bei uns sogar noch. Ja, bei Hertha. Lüschen! Abi! Yes. Jo, also von daher, Dortmund holt die Punkte immer wieder, sehr, sehr wichtig. War auch auf meinem hypothetischen Schein, habe ich gesagt. Ne, wir haben zumindest die Kicktipp-Runde gemacht, da habe ich gesagt, Dortmund wird das Ding holen und haben sie auch gemacht. Um das mal festzuhalten, Freunde, wir haben ja am Freitag beim Stream meine Kicktipp-Runde zusammen gemacht, ja. Und mit euch, also im Chat, also alle, die hier im YouTube-Stream dabei sind, haben wir getippt und ich war am Anfang des Spieltages, war ich von neunter, achter. Und wir haben diesen Spieltag in der ganzen Runde die meisten Punkte geholt und ich bin auf dem 15. Freunde, äh, auf dem 5. 13 Punkte geholt. Geil! Ja, Mann. Also, Shoutout geht raus an den Chat. Tough, Digga. Sehr, sehr, sehr geil. Sehr, 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 sehr nice, Alter. Ich muss aktuell kein Essen bezahlen, das ist gut. Wir hatten, wir hatten noch ein bisschen was, glaube ich, zu Dortmund auch noch rausgesucht, ne? Ein paar, paar, paar Dinger. Zeig mal, ja. Was haben wir, was haben wir denn rausgesucht? Hm, Lori. Digga, das ist schon hart. Was hat Loredana mit unserem rückrunden Kalium gemacht? Bisher geht da nichts bei ihm, ne? Noch nicht so viel auf jeden Fall. Hat, glaube ich, jetzt aber auch ein bisschen Verletzungszeit, ne? Und jetzt, jetzt kommt er, glaube ich, seit ein paar Wochen wieder. Das ist natürlich auch tough jetzt. Das ist einfach so, das auf sowas zu schieben. Natürlich. Das ist wie, wenn ein Fußballer auf Fashion Week geht oder streamt oder sowas und dann liefert der nicht ab, dann ist direkt das schuld. Genau, genau. Das ist halt, das ist immer mies zu sagen. Deswegen, ey, hoffentlich kommt der Brich stärker zurück, als er jetzt gerade nicht da ist und ich hoffe, Loredana stärkt ihm den Rücken, würde ihm bestimmt auch den Rücken stärken. Dann wird das schon. Das liegt ja nicht nur an Karim Adeyemi. Na, der muss doch auch ein, 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 ein Adeyemi muss doch auch. Der muss ja einstecken. Seine private Zeit haben. Zeig mal noch kurz die anderen Liebsten, die wir noch zu Bayern haben, er zu Docken haben. Der muss auch seinen Spaß und sein Leben haben können. Ah, das war. Ah, genau. Hier, hier können wir, hier sehen wir nochmal die rote Karte, die es nicht gab am Anfang des Spiels und die rote Karte, die es dann gab. Das ist, ähm, ja, beides tatsächlich im selben Spiel passiert. Aber. Da fordert der Dortmund-Fan eine klare, oder besser gesagt, Freiburg-Fan wahrscheinlich, eine klare Linie. Ja, aber trotzdem, äh, würde ich sagen, die Trikots von Freiburg sehen echt scheiße aus. Dafür kann man dann auch schon schneller eine rote Karte kriegen, Alter. Das ist ein Reflex dann vom Ref wahrscheinlich so. Ja, bei dem einen siehst du halt den Ball noch und den anderen gar nicht. Das ist es natürlich, mit so einem Bild ist es jetzt schwierig zu urteilen, finde ich. Da müsste man schon das Video sehen. Aber ja, das eine ist auch brutal auf den Knöchel drauf. Also, als ich den Clip gesehen habe, vom ersten Foul zumindest, von Can direkt am Anfang, dachte ich mir auch so, oh, da kann man, da gab es schon mal rot auf jeden Fall für. Da gab es schon mal rot. Einige Male. Einige Male. Ähm, gut. Freunde, an dieser Stelle würde ich sagen, haken wir Dortmund gegen, äh, Freiburg, Freiburg gegen Dortmund ab. Das hat Dortmund trotzdem am Ende noch souverän hinbekommen. Haben sie sich den Sieg geschnappt. Pölers haben wir auch seine Reaction wieder mal gesehen. Der ist steil gegangen, runter gegangen, wieder steil, komplett gegangen. Müße gehen raus. Mats Hummels auch seit 16 Jahren, jedes Jahr mit einem Treffer. Das ist auch eine beachtliche Leistung auf jeden Fall. Das musst du erst mal schaffen. Jetzt, meine Damen und Herren, haben wir jemanden, der bei uns in die Show reinkommt. Der albanische Nationalspieler ist. Die Story, wie er da reinkommt, das kann ich uns vielleicht nochmal, gleich nochmal ein bisschen ausführlicher erklären. Ansonsten kann ich mich noch an die Zeit erinnern, wo er bei Paderborn war. Da hat er krasserweise den Rekord für die meisten gelben Karten in einer Saison gebrochen. Das muss man erst mal schaffen. Das ist Ballon d'Or für Sechser, habe ich damals gesagt. Ballon d'Or für Sechser, wenn du diese, diese, äh, ja, wie sagt man, diese Auszeichnung bekommst. So, damn. Musst du auch erst mal mitnehmen, sag ich mal. An dieser Stelle, big Shoutouts an den Bre, welcome, welcome, Klaus Jasula. Hallo. Ey, long time no see. Auf jeden Fall, Mann, auf jeden Fall. Oh, er ist bei mir sehr leise. Ja, warte, ich guck mal kurz. One second, one second, one second. Du weißt, bei uns über technische Probleme hat sich seitdem nichts geändert. Jetzt, jetzt ist super. Man muss seiner Linie mal treu bleiben. Ja, stream soll man sagen. Genau, nicht so wie der Schiedsrichter von Dortmund, der seiner Linie nicht treu geblieben ist. Wir bleiben unserer Linie treu. Bei jedem Gast haben wir mindestens ein bisschen technische Probleme. Klaus, wie geht's dir, Habibi? Gut, gut, Bruder, gut, Dankeschön. Wie geht's dir? Ja, mir geht's auch top. Mir geht's auch top. Wir haben jetzt diese Show ein bisschen am Laufen. Wir sind sehr dankbar dafür, dass du die Zeit gefunden hast, uns hier ein bisschen zu supporten, ein bisschen Einblicke in dein Leben zu geben. Das finden die Leute nämlich interessant, da haben wir Bock drauf. Wilde Zeiten bei dir gerade, ne? Also man kann sagen, einmal Bundesliga wieder zurück. Wir haben damals drüber gesprochen, wo ich zu dir meinte, ey, könnte sein, dass Hertha vielleicht in dem einen Jahr, wo ihr schon so in diesem Aufstiegsweg war, meinte ich zu dir, kann sein, dass wir uns entwischen, dass ihr hochkommt, wir runter. Ihr seid in dem Jahr nicht aufgestiegen. Wir haben Relegation gegen Hamburg geschafft und ein Jahr später, sieh erinnert an, sind wir doch aneinander vorbeigedriftet noch. Es sollte so sein. Wie ist es, wieder zurück in der Bundesliga zu sein? Ja, also überragendes Gefühl natürlich. Ich glaube, es ist klar, dass die Mannschaften, die da sind, die Spiele, die anstehen, das ist was Besonderes für jeden von uns in unserer Mannschaft, ganz klar für jeden in der Stadt. Für mich war es ein bisschen schwieriger. Ich bin verletzt, schon in die Vorbereitung gestartet. Ich habe keinen Tag von der Vorbereitung mitgemacht. Ich war erst wieder zurück, als dann das Pokalspiel losging, als die Saison quasi angefangen hat. Und deswegen war es ein bisschen schwierig. Dann war so diese Vorfreude nicht mehr ganz so da. Weil man halt sich erst mal darauf fokussiert hat, wieder zurückzukommen. Aber jetzt ist alles Bombe. Sehr, 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 sehr geil. Ihr habt auch, also vielleicht nicht so viel zu feiern, wie man sich das hätte gewünscht gestern. Es war trotzdem ein mega starkes Spiel. Du bist zurückgekommen, glaube ich. Das war dein erstes Spiel auch in der Bundesliga-Saison, als du es von Anfang an gespielt hast, glaube ich. Genau. Also es waren die ersten Minuten. Ich habe bis jetzt noch keine Minuten gehabt. Krass, 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 krass. Okay, da hast du die ganze Zeit, bist du noch fit geworden. Ich habe Fotos noch gesehen von dieser Meisterschaft Zweier letztes Jahr. Also Zweitliga, dein Sixpack-Tschüch. Was war das, Digga? Top in Form. Christiano für Arme. Albanische Christiano. Albanische Bormachin Christiano. Stark, Alter. Nein, wildes Spiel gestern gegen Gladbach gehabt. Ihr seid 3-0 in Führung gegangen. Wir können ja jetzt einmal ein bisschen auf dieses Spiel reinschauen. Was wir machen bei Dime Time ist, wir rappen so ein bisschen die Games nochmal auf. Du kannst ja vielleicht nochmal aus deiner Sicht erklären, was ist passiert, wieso 3-3 am Ende. Ich glaube, es war schon relativ obvious, wenn man es sich anguckt, aber ich würde es trotzdem nochmal gerne aus deinem Mund hören. Ja, also ich glaube, wir haben eine überragende erste Halbzeit gespielt, wo wir zu Recht und verdient 3-0 in Führung gegangen sind. Hätte auch, wenn alles optimal gelaufen wäre, hätte es auch ein bisschen höher ausfallen können in der Halbzeit, fand ich. Und ja, wir haben ein überragendes Spiel gemacht. Bis jetzt denke ich so, also ja, schon die beste Halbzeit gespielt, bis jetzt in der Bundesliga, in der wir jetzt das vierte Spiel hatten. Und zweite Halbzeit beginnt dann natürlich halt mit einer roten Karte und einem Elfmeter. Was wirklich, also ich will jetzt auch nicht so viel drauf eingehen, sehr, sehr fragwürdig in meinen Augen jetzt. Vor allen Dingen, wenn du dann auch noch eine rote Karte gibst, ist es schon sehr, sehr hart für die Situation, wie sie da vorgefallen ist oder was da passiert ist, muss ich sagen. Und ja, dann hält der Torwart überragend den Elfer von uns. Da habe ich gedacht, okay, wir sind noch voll da. Und ja, Gladbach hat natürlich Qualität dann, um die Sachen auszuspielen. Trotzdem, unabhängig von der roten Karte, müssen wir das in manchen Situationen einfach besser verteidigen. Ja, da sehe ich mich auch genauso in der Pflicht wie alle anderen. Das hätte man, es war jetzt nicht so, dass wir uns so komplett auseinander gespielt hätten, so bis in 16er rein, sondern die haben uns auseinander gespielt. Klar, die haben viel Ballbesitz gehabt, aber wir haben es denen trotzdem in den entscheidenden Räumen dann auch ein bisschen zu leicht gemacht. Und ja, das müssen wir uns auf jeden Fall ankreiden lassen, weil es ist schon fade, wenn du ein 3-0 aus der Hand gibst, das ist klar. Genau, das tut auf jeden Fall weh, das 3-0 aus der Hand zu geben, aber fast skandalös in meinen Augen. Ich habe mir diese Situation bestimmt 30 Mal angeguckt, diesen Elfmeter und die rote Karte. Also ich habe, okay, ich habe sogar erst mal gesagt, Digga, das war unabsichtliche Hand. Dann guckst du dir die Wiederholung genau an, die Hand geht schon so ein bisschen dahin. Okay, aber jetzt so zu tun, als ob er Torwart war gerade in dem Moment und den extra in die Hand nimmt, um jetzt diese Spielsituation kaputt zu machen. Und dann gibst du nicht nur einen Elfmeter, der schon eine sehr krasse Bestrafung ist, sondern noch die rote. So, okay. Ich fand auch, ja. Also ich fand auch, es war echt schon sehr, sehr, sehr hart. Weil am Ende sind die im Zweikampf. Die sind im Zweikampf und ich glaube, der Arm ist so irgendwie eingehakt in dem anderen Arm oder unter dem anderen Arm. Und dadurch kommt der Ball so an die Hand. Aber er vereitelt weder dadurch eine Torschance oder sonstiges. Die haben trotzdem noch eine hundertprozentige Torschance. Die machen sie nicht rein. Im Nachhinein habe ich gedacht, hätten sie die lieber reingemacht, dann wäre 3-1 und ein Elfingel. Weißt du, was ich meine? Und so, die Spieler von Gladbach haben weder protestiert noch gar nichts. Also nichts. Die sind selber nicht mal davon ausgehend, dass es irgendwas war. Und dadurch, dass du den Ball nur leicht mit der Hand touchierst, indem du im Zweikampf bist, der Spieler hat den Ball weder irgendwie krass unter Kontrolle gehabt, sondern die waren ja im Zweikampf. Dass du dann so eine Entscheidung triffst, ist schon brutal. Hat der Schiri dann schnell entschieden? Wäre man auch vielleicht angepisst gewesen? Hat der Schiri dann schnell entschieden? Nee, der Schiri hat gar nichts entschieden. Der hat gar nichts gesehen. Der VAR hat sich eingeschaltet und dann hat er sich das angeguckt und hat dann schon zügig entschieden. Gut, man weiß ja, wie das ist, wenn der VAR sich einschaltet, welcher Schiri sagt dann, ich glaube, in 95% der Fälle wird immer die eigene Entscheidung dann revidiert, weil der VAR schaltet sich hier ein, weil er ihm sagen will, du hast was falsch gemacht. In Anführungszeichen. Ja. So, du hast was übersehen, guck dir das nochmal an. Dann, aber schon mit dem... Ja klar, welcher Schiri sagt dann, nee, ich bleib da, also gibt es schon, gibt es auf jeden Fall, wenn es dann wirklich so war, aber wenig, selten, dass der Schiri dann bei seiner Meinung bleibt, weil dann das Risiko quasi zu hoch ist, dass er das nur auf seine Schulter nimmt, weißt du, was ich meine? Ja, ist natürlich auch tough dann immer am Ende in Schiri... Ja, ja, safe, safe. Ist natürlich dann tough am Ende auch in Schiri, dafür immer ein bisschen anzukreiden, so. Klar, Elfmeter kann man geben, rote Karte, sehr, sehr fragwürdig. Und dass es halt, dass dann auch das komplette Spiel nochmal dreht, tut dann natürlich auch schon echt weh. Ich meine, 3-0 zu führen und das dann nochmal aus der Hand zu geben, das ist schon ein Riesenschmerz, bestimmt auch für die Fans, die im Stadion waren, aber ihr werdet ja trotzdem immer noch gut von euren Fans eigentlich auf dem Laufenden gehalten, sag ich mal, und befeiert, oder? Ja, absolut, die sind überragend. Also, die unterstützen uns von vorne bis hinten, also das ist überragend. Sie wissen auch, dass wir die Unterstützung brauchen. Wir brauchen uns gegenseitig, ganz klar. Und trotzdem war es nochmal ein Schritt in die richtige Richtung, auch wenn es sich ein bisschen blöd anhört, wenn du halt 3-0 fürst und 3-3 spielst. Trotzdem, das Spiel hat viele, viele positive Seiten gehabt und gezeigt. Natürlich musst du auch über die Negativen sprechen und die verbessern, ist auch ganz klar. Aber ja, mit der Entscheidung ist schon der Spielverlauf auf den Kopf getreten worden. Wenn dann am Ende des Spiels vielleicht 3-2 gewinnt, redet keiner mehr so richtig über die rote Karte und den Elfer. So wird das Thema natürlich präsenter bleiben. Aber ja, in dieser Situation war die rote Karte im Spiel. Erfahrungen, die man macht halt, ne? Leider. Es ist halt mies, dass sein nächstes Spiel dann auch noch fehlt. Aber ich bin mal gespannt, gegen wen geht es nächste Woche? Gegen Stuttgart. Oh, gegen Stuttgart. Beim nächsten Heimspiel werde ich auch das erste Mal bei euch reinschauen. Da bin ich mal sehr, sehr gespannt. Und im Oktober habt ihr ja dann schon wieder Länderspielpause, ne? Da geht es ja dann schon wieder mit der albanischen Nazio weiter, ne? Genau. Der Adler. Ihr seid ja jetzt wirklich sehr, sehr nah dran, euch für die EM zu qualifizieren. Ich meine, die Albaner sind jetzt auch nicht jedes Mal dabei. Da ist schon jetzt richtig Feuer drin, ne? Ja, absolut. Also die Situation ist momentan überragend, muss man ganz klar sagen. Klar, ist auch noch nicht durch. Es gibt noch einiges zu tun, aber die Ausgangslage ist top. Albanien hatte sich bis jetzt einmal in der Historie qualifiziert für die EM. Und das könnte das zweite Mal sein. Und man merkt, die Euphorie in dem Land ist gerade krass. Selbst hier in Deutschland wird wahrscheinlich die Euphorie sehr, sehr hoch sein. Ja, das wird teilweise vielleicht auch Heimspiel sein. Safe, 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 safe. Ich sage ja, man weiß ja, was die Türken so jedes Mal abreißen, wenn es dazu kommt, dass wir irgendwo dabei sind. Bei den Albanern ist es mit Sicherheit sehr, sehr ähnlich da dran. Ihr habt echt gutes Momentum mit der Mannschaft, hat man so das Gefühl. Zehn Punkte, Tabellenführer gerade in der Gruppe. Wie war das, als ihr vorher in diese EM rein seid als Mannschaft? War da das Feeling so positiv? Jetzt ist man da reingegangen, so, ey, Jungs, wir können eigentlich alles schaffen, so. Ja, das auf jeden Fall, weil wir hatten ja zum Beispiel, Favoriten in der Gruppe waren ja eigentlich Tschechien und Polen. Wir hatten bei der letzten WM-Quali Polen schon und waren wirklich sehr, sehr ausgeglichene Spiele. Wir haben leider beide verloren. Da hatten wir auch ein Finale, wo wir uns dann hätten qualifizieren können. Auch sehr unglücklich gelaufen. Polen hat auch Qualität, keine Frage. Und ja, vor dieser Quali gab es dann einen Trainerwechsel, neue Staff komplett. Und der hat halt einfach richtig, richtig Power da reingebracht, Leben reingebracht, Motivation reingebracht. Und so wird natürlich auch wieder jeder Spieler seine Chance. Wenn er Gas gibt, spielt er vielleicht, weißt du, was ich meine? Ist es nicht so, dass sich das, irgendwann tut sich ja so ein bisschen herauskristallisieren, wer spielt, wer spielt nicht und so. Auf vielen Positionen. Da war natürlich wieder für jeden eine neue Chance da und dementsprechend ist halt da richtig Zug reingekommen. Und ja, mit den Spielen jetzt, was, wie gesagt, diese Euphorie im Land, diese Unterstützung, das ist krass gewesen jetzt die letzten Monate. Eigentlich immer, aber jetzt ist nochmal so das besondere Etwas irgendwie da. Und das macht es dann auch zu irgendwie, weiß nicht, da liegt was in der Luft so ein bisschen. Ich weiß gar nicht, wie ich es so richtig erklären soll. Also, das ist so elektrisierend einfach. Bei euch ist kein Video von Graugänsen vonnöten. Müsst ihr keine Graugänsen angucken. Hast du Deutschland All or Nothing gesehen? Nee, habe ich noch nicht gesehen, aber wollte ich noch schauen. Da habe ich auch mitgekriegt mit den Gänsen. Mit den Gänsen hast du... Bruder, das ist das zweite Motivation. Also, allmännischer geht es fast gar nicht, wahr? So Graugänsen als Motivationsvideo. Ein anderer türkischer Trainer zeigt so... Wie auf Baustelle oder sowas. Irgendwelche Kriegsvideos oder sowas. Da holt bestimmt türkischer Trainer raus, Digga. Und der Deutsche so... Aber bei dir war ja auch... Seid die Gänze. War ja ein bisschen auch interessant, wie du überhaupt in die Nazio quasi gejoint bist. Sabri hatte schon mal kurz angeschnitten, hat kurz erzählt. Ich dachte so, ey, du musst eigentlich nochmal die Story erzählen, wie du eigentlich dazu gekommen bist, Nazio für die Albana zu spielen. Ja, ich habe ja damals in Paderborn gespielt. Da haben wir das letzte Vorbereitungsspiel gegen Lazio Rom gehabt, bevor die Saison, damals die Bundesliga-Saison angefangen hat. Dann, ja, haben wir gegen Lazio Rom hat gespielt. Habe eigentlich ein relativ gutes Spiel gemacht. Und da war der Sportdirektor, also der Manager vom Verein, Igli Tare, ist auch so albanischer Nationalspieler, der früher hier auch gespielt hat in Deutschland. Und ja, der war so im Austausch mit dem damaligen Nationaltrainer von Albanien, weil der halt auch Italiener war und die sich halt dadurch, dass der Manager der Sportdirektor in Italien ist, halt kannten. Und ja, nach dem Spiel hat er mich so gefragt, der hat mich erst mal verwechselt mit meinem Bruder, weil er den halt vorher kannte, weil der halt auch schon jung Profi war und alles. Und er hat mich dann gefragt, ja, willst du zur albanischen Nationalmannschaft? Und dann meinte er, ja gut, alles klar, ich habe dem Trainer geschrieben und alles und dann hat sich jemand gemeldet. Also war krass. Aber die wussten, dass du, du bist dann am Ende und nicht dein Bruder. Am Ende wussten die, dass ich dich bin, ja. Aber am Anfang haben sie gedacht, ich wäre mein Bruder, ja. Traf, Alter. Das ist sehr witzig. Aber gut, als Bro, man holt ja da nicht rum. Das ist ganz schnell geklärt, denke ich mir auch. Nein, um Gottes Willen. Ist dein Bruder denn auch bei der Nation? Nee, der war mal. Der war ja von uns beiden jetzt der talentiertere. Der wurde ja mit 17, 18 schon Profi. Bei mir ist das Ganze ein bisschen später losgegangen. Ich bin ja mit 28 erst in die 2. Liga gekommen. Dadurch hat mich halt keiner auf dem Schirm gehabt. Oder halt, der ist ja ein Albaner, der dann schon länger nicht mehr in Deutschland war. Schon längere Zeit nicht mehr in Deutschland war. Und zu der Zeit, wo er halt so, glaube ich, den deutschen Fußball oder die albanischen Jungs in Deutschland verfolgt hat, da war halt mein Bruder oben und ich war ja gar nicht da. Deswegen kannte er mich auch nicht. Und der hat dann halt am Ende einfach nur Jasula gelesen und dachte sich halt, ich bin mein Bruder. Ja, ja, sehr, sehr nice story. Ich habe es so ein bisschen angeschaut, aber ich weiß nicht, ich wollte es aber von dir natürlich am Ende hören. Es ist ja, ja, passiert ja nicht alle Tage, dass man relativ spät in der Karriere, sage ich mal, nochmal seine zweite Superkarriere da hat. Nazio dabei, vielleicht Inchallah, klopf auf den Tisch. Inchallah eine EM nochmal mit dabei. Digga, das wäre ja nochmal richtig saftig. Dann noch bei uns in Deutschland. Also wirklich. Besser geht's gar nicht. Viele W's, so viel Familie, die kommen kann. Ihr müsst alle nach Deutschland wissen. Das wäre natürlich nochmal das E-Tüpfelchen in der Karriere, dass er kann. Ja, Mann. Ey, dann sind wir dir natürlich sehr dankbar, dass du uns hier kurz supportet hast, dass wir mit dir kurz über das Darmstadt-Spiel reden konnten. Sehr gerne. Glückwunsch trotzdem natürlich für euren ersten Punkt in diesem Jahr. Wir wissen als Herthaner, wie schwer es ist, tatsächlich in der Bundesliga überhaupt Punkte zu holen. Mainz und Köln, die haben es auch gerade sehr schwer. Die Bundesliga ist einfach sehr, sehr hart. Das weiß man. Deshalb wünsche ich euch ganz viel Erfolg für den Rest der Saison. Wir gucken auf jeden Fall auf Stuttgart. Es wird ein wildes Spiel, denke ich mal. Hoffentlich auch viele Minuten noch dieses Jahr für dich. Ja, hoffentlich erstes Tor gegen Stuttgart und dann kommt der Albano raus. Mit dem Kopf. Dankeschön. Ey, wir wünschen dir alles Beste. Vielleicht kriegen wir dich nochmal im Laufe der Saison, können nochmal über Darmstadt-Albanien irgendwie sowas nochmal quatschen. Aber ansonsten bin ich sehr, sehr dankbar. Kuss auf jeden Fall. Viel Erfolg und bis bald, würde ich sagen. Dankeschön euch auch. Alles Gute. Wir hören uns, gell? Macht's gut. Hat mich gefreut, dich kennenzulernen. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Hat mich auch gefreut. Geiler Typ, Digga. Sehr, 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 sehr cool. Sehr sympathisch. Sehr sympathische Baustädel-Bohr-Machines. Er hat wirklich sehr stark das auch gestartet, Alter. Man weiß ja immer nie, weißt du, wenn man so diese Jokes macht mit denen, man weiß ja nie, das ist so, wie wenn jemand zu mir sagen würde, jetzt okay, das ist ein bisschen hart vielleicht, aber so irgendwelche so, ja, die töten oder so, weißt du, so einen auf den so. Und dann weißt du aber nicht trotzdem, wie jeder Einzelne, und er, wenn wir dir so direkt Feedback zurückgeben mit einem Joke da drauf, huuuh, all easy, boah. Ich bin ja immer nur happy, so, weißt du, kann ja auch, so wie, bei wem war das, wo wir so reingestarrt sind, ich mach einen Joke und der kam gar nicht an. Ich weiß es gar nicht mehr. Ich glaub, der kam aber auch vom Ohr her nicht an, aber gut. Ey, vielen Dank, dass er da war. Checkt ihn auf jeden Fall ab. Spieler bei Darmstadt, Freunde. Erstes Mal jetzt gestartet, dann leider nach dem 3-0 das 3-3 noch kassiert nächste Woche in Stuttgart. Wir freuen uns auf jeden Fall. Toughes Spiel gewesen. Und ich freu mich, in zwei Wochen bin ich da, gegen Bremen spielen sie am Sonntag, am 1. Oktober. Ach, du gibst ja auch, du machst die Riste voll. Da mach ich direkt die Ecke voll. Freu ich mich sehr Darmstadt drauf, weil Stadion ist auch ein schickes Ding, find ich, so klein, nicht zu groß. Aber da bin ich ja Freitag Hoffenheim, Samstag Mainz und Sonntag Darmstadt. Also das wird ein geiles Wochenende, wo dann auch interessante Spieler dabei sind. Unter anderem Leverkusen, also erstmal Hoffenheim gegen Darmstadt. Hoffenheim gegen Dortmund, Samstag Mainz gegen Leverkusen und Sonntag Darmstadt gegen Bremen. Geil. Find ich super. Drei Stück an einem Wochenende wieder, ne? Ja. Das hattest du schon mal. Ja, da hab ich's eigentlich gesagt, ich mach's nie wieder. Aber es war, glaube ich, ein bisschen besser diesmal, oder? So ein bisschen besser mit den Abständen. Ja, es ist nur eins am Tag, da waren ja zwei an einem Tag. Zwei an einem Tag, genau. Da musstest du ja bei Hertha dann los, so fuck, ich verpasst das. Ja, genau, genau. Ja, bei Freiburg-Hertha, genau, da muss ich dann schnell nach Lautern zurück und bin dann auch erst kurz nach dem Anstoß drin gewesen. Hab aber das krasseste Lautern-Spiel überhaupt bisher mitgekriegt. Wir kommen natürlich auch noch zur zweiten Bundesliga-Freunde, aber erstmal machen wir die erste weiter. Und zwar mit dem nächsten Match-Up of the Week. Niklas, mit welchem machen wir weiter? Sag's mir. Wir hatten noch ein geiles Meme von Dortmund. Reezy BVB tweetet, wir gewinnen, Gesicht, Terzic bleibt. Das ist auch locker derselbe Abend, oder? Ja, klar, er hat das gleiche an. Aber hinter ihm sitzt jemand anders. Andi ist auch ein anderer Winkel. Ja, ist ein anderer Winkel. Das sieht so krass aus, Digga. Aber das ist auch tough, ganz ehrlich. Guck mal, stell dir mal vor, du bist in so einer Situation wie Dortmund oder auch Schalke, würde ich sagen, ja. Du magst diesen Trainer wirklich sehr. Du weißt aber auch irgendwie, ey, vielleicht sollte der gehen und wir sind besser dran. Das ist so voll der Zwiespalt, Digga. Klar, dass jetzt Dortmund gewonnen hat, super. Dass Schalke auch gewonnen hat, super. Aber trotzdem haben sie das Gefühl... Ich weiß nicht. Schwierig. Also ich glaube auch bei den Dortmundern komplett gesplittet. So wie bei uns es immer gesplittet ist, wie bei jedem Verein es immer gesplittet ist. Die einen sagen, der Analytiker wird sagen, so ein Benni Grund, der nimmt das analytisch auseinander. Der hat nur diese Sicht von der, die richtig oder falsch gefühlt so auf den. Ja. Und dann haben halt da persönliche Gefühle meistens nichts drin verloren. Genau. Aber ja, es ist immer 50-50, habe ich trotzdem das Gefühl. Die eine Hälfte will den behalten, weil die sagen, ey, egal welcher Trainer kommt jetzt, es wird nicht so viel besser, weil wir hatten jetzt schon Trainer X, Y, Z, bla, bla, bla. Selbst ein Tuchel und so waren da drin, das hat nicht funktioniert. Warum soll es jetzt ohne einen Terzic viel besser laufen, so in dem Sinne? Wahrscheinlich. I don't know. Also das ist der, das ist, denke ich mal, worum es geht. So, dann würde ich aber an dieser Stelle wirklich jetzt endgültig Freiburg, Dortmund abhaken. War toughes, toughes Ding für die Freiburger mit der roten Karte. Aber jetzt schauen wir auf ein Matchup, was absolut wild war am Sonntag, was sich Niklas und ich, nachdem wir Hertha genossen haben, uns entspannt auf der Leinwand gegeben haben. Heidenheim versus Werder fucking Bremen. Wer hätte gedacht, dass die letzte Woche die Bremer, die Mainzer 4-0 wegrasieren, als ob es nichts wäre, struggeln gegen Heidenheim und da tatsächlich untergehen. Mehr oder weniger kann man dazu sagen. Denn Heidenheim hat das extrem stark gemacht und so wie es bei Darmstadt eine Fehlentscheidung gab mit dem Elfmeter, also der Elfmeter an sich, den kann man geben. Das ist nicht mal die Fehlentscheidung unbedingt, würde ich mal jetzt behaupten. Gab es bei Heidenheim eine Situation, wo der Schiri sich nicht mal die Szene nochmal angeguckt hat und es war absolut kein Handspiel. Das war so, das war so, der Spieler hat Traurie, glaube ich war das, wirklich nur den Ball geschliffen mit den Fingern und es wurde als Elfmeter gewiffen. Aber Patrick Ittrich hat es sich nicht nochmal angeguckt. Er hat sich nicht auf dem WDR nochmal angeguckt. Er hat einfach den Elfmeter gegeben, es war eine richtig weirde Situation, richtig, richtig weirde Situation. 2 zu 1, Anschlusstreffer für Bremen, dann machen sie das 2 zu 2 und man denkt so, okay, jetzt holt sich Bremen das Spiel wieder zu 100%. Aber dann kommt Fringy von draußen, der jetzt der längste Trainer in der Amtszeit ever ist. Der Bundesliga. Ein Macher, History hat der gemacht. Der macht so, zu seinen Jungs, hat so ein paar Handzeichen gemacht, so auf den. Und die Jungs wussten, okay, wir ziehen jetzt doch mal an. War wirklich, so hat er wirklich so Handzeichen gemacht? Er hat nach dem Spiel gesagt, dass er non-verbal Sachen so an die Mannschaft gegeben hat und das funktioniert hat. Geil. Ja, so meinte er. Und ganz wild. Der Niklas Beste auf der linken Seite mit Tor und Assist. Er ist ein sehr, sehr guter Spieler. Wir hatten schon, ich kann es immer und immer wieder sagen, der Bremen mit seinem Vollwart wirklich einfach, keine Ahnung, Digga. Sehr, sehr wild. Dieser, dieser... Ah, der Dschihad-Profi. Der islamische, der deutsch-islamische Wart, Digga, wirklich. Oh, wirklich, den haben wir letztens schon auch schon mal gezeigt. Den haben wir letztens. Das ist different, Alter. Das ist auch... Aber zeig nochmal bitte... Ist auch so ganz oder gar nicht. Zeig nochmal das alte Bild, als er noch die andere Frise ohne Bart war, Digga. Geh nochmal... Wie er ohne Bart einfach... Ey, Bro, das ist komplett different, wie er einfach ohne Bart aussieht. Das ist Wahnsinn, Alter. Wahnsinn. Ja, beste Leben, Alter. Ja. Digga, das ist Niklas Beste. Das ist Jan Niklas Beste. Und der andere ist Niklas Beste. Heftig. Sehr, sehr gutes Spiel. Ex-Werder-Bremen-Spieler. Ne? Er. Er. Für 950k. Letztes, also, ne? 1.7.22. Ihr merkt ja, wer den spielen sieht, der hat einen super krassen linken Fuß. Okay. Knallt. Tor und Assist. Und dann haben die noch Eren Dinkchi. Eren. Von Bremen. Auch von Bremen. Ausgeliehen. Aua. Der einen Doppelpack knallt. Aua. In dem Jahr, wo die ihn ausleihen zu Heidenheim. Und Bremen ist gerade am Struggle in Richtung Relegation. Relegate. Renegate. Renegate. Und stell mal vor, Alter, was für eine Story das wäre, wenn du ausgeliehen wirst zu Heidenheim und am Ende vielleicht steigt Bremen ab. Und du warst aber maßgeblich dran beteiligt, auch so. Und musst du dazu in den Verein zurück. Und ich habe auch gesagt, ich habe auch gesagt, Heidenheim wird einfach ganz, ganz safe diese Saison nicht mega scheiße sein. Und sie werden richtig um 10 landen. Und weißt du, wer das Ding halt einfach macht? Mr. Kleinstein, Alter. Hat die Bude geöffnet mit dem 1-0. Und Bremen wird einfach on the Relegation sein. Und auch wenn es der erste Punkt für Heidenheim ist, der erste von vielen weiteren Dreiern wird es noch sein, Freunde. Der erste Dreier. Der erste Dreier und einer von vielen weiteren Dreiern noch. Also, inshallah wa tal ala alim. Das wird noch was, Freunde. Sag ich euch, wie es ist. I'm the Craig. I'm an Octopus, man. I have no pussy but an Octopus. Was passiert hier? Wohin gehen wir von dem wa tal ala alim? Wa ala alim. Nee, aber wirklich sausaustarkes Spiel von Heidenheim. Ja, tach, Alter. Guter Win, verdienter Win. Muss man wirklich sagen, verdienter 4-2-Sieg gegen Bremen. Wie eine Einladung kam. Weiser mit dem Kopf. Der Kopfball war stark, muss man sagen. Weiser mit dem Kopf. Weiser mit dem Kopf. Kopfball ungeheuer. Jetzt, wo Füllkrug weg ist, weiß er, er muss da reinschlüpfen in diese Rolle des Kopfballkillers. Aber, ja. Man gönnt es auch Heidenheim, muss man auch dazu sagen. Man gönnt es Heidenheim. 4-2-Sieg auf dem Sonntag schmeckt den Leuten aus Heidenheim eher weniger, weil das Stadion ist auch nicht ausverkauft. Man guckt so, wieso sind da überall... What the fuck is happening, man? Wenn dieses schöne 20k-Stadion und du spielst Bundesliga, das muss rappelvoll sein, verdammt. Das hat mir schon wieder so wehgetan, als ich Hertha zugeguckt habe. Da waren 40.000 und man ins Stadion saß so leer aus. 45.000 ist doch aber... 42.000, wollen wir es nicht übertreiben, ja. Aber... Das waren, glaube ich, im Stadion, da kam nicht die Ansage 45.000? 42.000. 45.000. 43.000? 43.000. Was ist das für eine Zahl trotzdem? Ja, klar. Aber trotzdem, das tut so weh, wenn du das im Fernsehen siehst und es siehst einfach so aus, als ob dieses Scheiß-Stadion fast leer wäre. Das tut halt einfach sehr, sehr weh und das wäre einfach so schön, wenn man dann auch so ein 40k-Stadion hätte. Safe. Ey, einfach geil. Ich war ja auch am Wochenende Schalke da, 60.000 in dieser Turnhalle. Einfach geil. Aber da kommen wir gleich auch noch zu, Freunde. Wir machen jetzt erstmal den Abschluss von der ersten Bundesliga. Da sind wir jetzt durch mit den Spielen, die wir ansprechen wollten. Wir haben jetzt eine Stunde auch schon gestreamt, Freunde. Wir werfen mal einen Blick auf die Tabelle, ich bin im Ghetto, wie ich Raubüberfälle von... Doch, wir schauen einmal nochmal auf die restlichen Ergebnisse, die wir nicht noch besprochen haben. Ja, ich darf hier nichts selbst entscheiden, ihr merkt es schon, Freunde. Ich werde hier dominiert von zwei Tempelhofer ohne Tempelhöhung. Ey, lass uns mal rausschauen, das sollten wir doch machen. Einfach, wir haben jetzt nicht über jedes Spiel gesprochen, deshalb gerade Köln gegen... Mann, da schaut euch die Tabelle an, ladet euch von Football oder Kicker runter oder Google, da seht ihr die Tabelle. Köln gegen... Köln gegen... Ich meine Einzelspiel... Ach, Mann! Also, RB Leipzig 3-0. Ja, cool! War ein knackig 3-0 schnell. Niklas hatte über 3,5 Tore, Digga. Nach 30 Minuten dachte er, safe, safe. Leider nicht gekommen. War eh schon weg. Wolfsburg! Der Wolf ist mal eben im Wald jagen gegangen, Digga. Und hat sich wirklich, hat sich zwei Schafe gefetzt. Hat sich ein paar Äsernil, ne? Nein, Spaß. Also, wildes Game. 2-1-Sieg für Wolfsburg. Gosins wieder mit einem Treffer. Der Breer hat einfach auch schon drei Tore, ne? Gosins mit drei Toren. Ja. Hat nach einer Woche gefasst schon Davy Selke überholt. Spaß. Wolfsburg macht souverän. Robert startet gut. Ey, Selke, Köln. They love him. They love him. Gregoritsch hat euch gebombst. Oh, ja. Grilic, Grilic, Grilic. Grilic. Wow. What a tough game, Alter. Oh, was ist eigentlich in Hälfte? Grilics Tor. Nachdem Schwäbe rauskam. Wie ist der Ball geflogen, Alter? Wie ein Golfball. Wie ein Golfball. Haben wir das Ding noch? Haben wir den? You got a clip? Haben wir den irgendwo? Ja, du hast ihn bei WhatsApp, nee, bei Discord reingeschickt, als wir heute Morgen den Call gemacht haben. Boah, was war das trotzdem für eine fucking Flugkurve, Alter? Ganz oben. Wenn man sich das anguckt, dann siehst du richtig, wie der Verteidiger so drunter läuft und denkt, er hat das easy eigentlich und der Ball wird immer länger. Der Ball wird immer länger. Und am Ende landet der Ball im Kasten. So, hier haben wir nochmal, ja, wir haben es nochmal, Freunde. Für die Leute, die das Ganze als... Mach ohne. Mach ohne, Son. Schauen wir einfach nochmal rein, was ist hier passiert bei dem Spiel. Schwäbe kommt raus. Er hat aber auch asozial weit rausgerannt. Also warum auch immer, aber die Flugbahn wirklich erst durch den Dopsack, bang, bang, Bigolo, 56 Meter knapp, heiliges Blech, Alter, wirklich. Ich habe keine Chance, da nochmal irgendwie ranzukommen. Und der versucht ja noch drunter zu kommen, weil der die Flugkurve so optimal, Alter. Der Ball muss nicht so alles gut. Ja, aber auch klarer Torwartfehler. Ist schon ein Torwartfehler, aber er rettet... Ja, sonst hast du halt die einzige... Es gab ja einen Verteidiger, der das Ding noch retten wollte, aber er wurde leider an der Leine gehalten. Hennes wollte sich das Ding noch schnappen, Freunde. Aber er wurde zurückgehalten damals. Damals. Er war so, halt mich nicht zurück, halt mich nicht zurück. Mäh! Der Typ so, liegt da so hinterher, Gott. Er war wirklich sehr, sehr stark. Nein, aber wildes Tor, 3-1-Sieg, souverän. Selke trifft? Ja. Er hat jetzt, glaube ich, sein erstes Spiel durchgespielt in dieser Saison? Für Köln? Ja, die Kölner sind immer noch davon überzeugt, dass Selke noch einschlagen wird. Die lieben ihn. Ich muss euch leider enttäuschen, das wird nicht passieren. Die lieben ihn. Und ganz ehrlich, ich finde das aber auch irgendwie geil. Weil Davy, trotzdem am Ende, muss man sagen, ist ja von der Persönlichkeit der Mensch, der Mensch Davy, auch wenn wir jetzt ihn nicht gefeiert haben, wie er auf dem Platz für uns gespielt hat zumindestens. Bei Köln habe ich jetzt auch schon ein paar Situationen gesehen, wo ich so war, okay Davy, du kannst nicht hinfallen. Du kannst das. Aber er ist ja von der Person her schon ein ganz cooler Typ. Ja, persönlich hat er ja alles nichts mehr mit ihm zu tun. Ja, und deswegen von der Persönlichkeit her kann ich schon verstehen, warum die Kölner ihn so abfeiern, aber zu glauben, dass er so capable ist, 15 Tore in der Bulli zu schießen. Das ist halt auch einfach blind und blöd. Bruder, also I'm sorry, I'm saying to you. Da braucht er schon Tabakovic. Maris. Kommen wir aber gleich zu. Bochum gegen Eintracht Frankfurt. Ich habe es dir gesagt, ich sage es dir immer wieder. In Bochum ist es sehr schwer zu gewinnen. Und die haben auch ein 1-1 da wieder rausgeholt. Und es war nicht so spannend, aber es war trotzdem eigentlich ein Game, wo Bochum hätte das Spiel gewinnen können auch. Die waren nicht schlecht, Alter. Die waren gefühlt besser auch als Eintracht Frankfurt. Komisch im Spiel. Die hätte ich auch sehen können, dass die sich, nachdem die Colomuani und so alle verkauft haben, die hätten wirklich sich Girassi holen müssen, Alter. Bochum. Ja, nee, Frankfurt. Achso. Bochum. Stimmt. Ich wollte dich Bochum holen, Alter. Das wäre krass gewesen. Girassi zu Frankfurt wäre voll sinnvoll gewesen, wenn man Colomuani und so gehen lässt. Bin ich mal gespannt. Vielleicht passiert da nochmal was in Zukunft. Aber bei Girassi, der war ja auch, wo war Girassi? Der war bei Köln. Wusstet ihr das, dass der früher schon bei Köln war? Der war einfach schon der Bulli. Na gut. Ansonsten, den Rest des Bundesligaspieltags haben wir somit abgehakt. Werfen nochmal einen letzten Blick auf die Tabelle. Auf Platz 1 haben wir Leverkusen. Auf Platz 2 haben wir Bayern-Mönig. Und dahinter Leipzig. Und auf der 4 ist schon ein krass. Das sieht schon krass aus. Stuttgart auf der 4. Sieht schon so traditional aus. Das sieht schon die ersten. Und dann so Hoffenheim, Wolfsburg, Leipzig. Wirklich. Guck mal auf die untere Hälfte. Heidenheim aktuell auf der 11, Freunde. Das war dein Tabellenplatz, ne? Dein End-Tabellenplatz. Ne, du hast 11 gesagt. Sicher. Ziemlich sicher. Weil ich hatte Bremen auf 11, du hattest die auf der 11. Ja, Bremen auf der 12. Aktuell Absteiger. Ist Darmstadt und Mainz. Beide mit nur einem Punkt. Und Köln auch nur einen Punkt. Aber noch Relegation. Ey, was geht ab? Die Kölner steigen endlich ab. Steigen endlich. Ey, was geht ab? Ihr kommt. Ihr kommt doch nach Berlin. Ihr kommt doch. Ihr kommt. Dieses Jahr habe ich ein gutes Gefühl, dass Köln runtergekommen ist. Ja, aber wir verlängern die solche, wie es ist. Aber davon reden wir jetzt nicht, sondern von der 2. Aber ich habe ja meine Freunde, Spieler des 4. Spieltages oder die 11. Spieltages, Trainer des Spieltages, ist der Mann, der Kleinstein trainiert. Frängi, mach ich mir noch eine Weiße, Schmidt. Amen. Gehe ich mit, wer hat es alles reingeschafft? Radetzky, der wirklich letztes Jahr mein Leben gefickt hat in Kickbase. Wirklich, mein Leben. Ich habe so viel Minus gemacht. Dieses Jahr rasiert er komplett und ich habe ihn natürlich nicht in Verteidigung mit Mele, Hummels und Grimaldu. Kann man verstehen. Gerade Hummels mit Doppelpack, da muss da rein. Grilic kneift ein Tor aus 55 Metern. Grimaldu freist das Tor. Guretzka hat auch ein Tor geschossen. Wahrscheinlich deswegen irgendwie reinkommen. Hat auch kein schlechtes Spiel gemacht am Ende, kann man so sagen. Aber. Zwei Heidenheim-Spieler, Dinkchi und Beste. Ja, für den ersten Sieg kann man die reinwerfen. Und zwei Leipziger und zwei Leverkusener. Und einmal Gerasi im Sturm. Klar, nach dem Dreierpack gegen Mainz. 14 Millionen. Ja, er ist echt noch ein Schnapper. Der kann den Stuttgart halten, ey. Wow. Ist ein Schnapper. Nee, die haben den auch günstig bekommen. Also, der war ja jetzt nicht krass überteuert. Gerasi war ja auch krass im Gespräch bei Hertha. Ajorg und Gerasi waren beide richtig im Gespräch bei Hertha. Wenn Stuttgart abgestiegen wäre vielleicht. Ansonsten unwahrscheinlich. Nee, nee. Ich rede jetzt nicht von der Zahl von jetzt, sondern ein Jahr vorher. Bei uns wäre er eh nicht gut gewesen. Die haben ihn ja letztes Jahr gekauft. Die haben Gerasi letztes Jahr im Sommer gekauft. Der war bei Hertha im Gespräch. Gerasi war bei uns, aber auch Ajorg war bei uns im Gespräch. Gefühlt sind ja nur Spieler drin, die ein Tor gemacht haben. In der Elft des Spieltags, kommt mir so vor. Und Frank Schmidt ist da drin, weil er halt der älteste Trainer ist. Das ist so. Hat Mähler auch getroffen für Wolfsburg? Ja gut, aber so ist es halt auch eigentlich bei FIFA, wenn du ein Tor machst, so kommst du rein. Na gut. Das ist auf jeden Fall. Die Elft des Spieltags und die Statistiken der ersten Bundesliga sind auch nochmal ganz interessant, Freunde. Weil die meisten Elfmeter hat tatsächlich auch jetzt schon Heidenheim. Ich glaube aber, die waren richtig, die Elfmeter. Das weiß ich nicht. Zumindest ist der letzte Elfmeter gegen Bremen, der war richtig, da war keine Fehlentscheidung dabei. Die meisten Torschüsse bei Bayern. Zweikämpfe mit 420. Gehen nicht an Sabri, sondern an Mainz. Spieler Statistiken hat Gerasi acht Tore und Xavi Simons vier Torvorlagen. Juti, dann schließen wir mal den Bums ab, oder? Schreibt mal in den Chat, wer ist euer Spieler des vierten Spieltags, Freunde? Wir können immer eine Abstimmung machen, für alle, die auf YouTube gerade dabei sind, oder? Stellen wir die Spieler zur Auswahl, die wir auch da auf dem Bild hatten. Die vier Spieler unten beim Chat auf das Plus musst du drücken. Wer ist euer Spieler des Spieltags? Umfrage. Umfrage starten. Entweder Antwort A, Mats Hummels, Antwort B, Gerasi, Antwort C, weiß ich jetzt gerade noch nicht. Muss Niklas mir mal ganz kurz zeigen. Einer war auch dabei, oder? Optionen hinzufügen, genau. Radecki war dabei auch? Radecki. Hast du das noch offen, das Fenster? Nee, hat's gerade zugemacht. Aber man kann's auf Verlauf gehen. Spieler vom Spieltag, da ist es doch erstens das Spiel. Nee, 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 nee. Das ist da drüber, die Auswahl, Spieler des Spieltags, genau. Die darf ein Transfermarkt zur Auswahl starten. Also, Gerasi, Hummels, Radecki oder Dingchi von Heideheim. Schreibt es mal nicht in den Chat, sondern macht die Abstimmung mit, wenn ihr am Start seid und wenn ihr auf Spotify seid. Dann habt ihr einfach reingeschissen, weil ihr das nur am Livestream machen könnt. Jeden Montag, 18 Uhr auf dem Kanal von NoHandGaming. Und dann heißt es nämlich dort immer. Nein, du sagst jetzt nicht, weil ich es voll reingeschissen habe, wollte ich gerade sagen. Ich wollte gerade sagen, ich war, wann kommt mein Moment, wo ich Dime-Time sage. Auf jeden Fall, schaut bei YouTube vorbei, Freunde, immer 18 Uhr, jeden Montag. Wunderbar. Umfrage. Geht raus in die Runde. Gebt gerne eure Stimmen dort ab. Hummels, Gerasi, Radecki oder Dingchi. Wer soll es gewesen sein, diesen Spieltag? Wer war es für dich? Für mich, Spieler des Spieltags, Gerasi. Gerasi? Mit dem Dreierpack? Ja, und Mats Hummels natürlich. Die beiden. Hummels auch cool. Hummels auch cool. Dingchi auch schon cool. Ja. Ich gebe auch meine Stimme ab. Ich gebe meine Stimme. Wer drei Tore schießt, ist für mich Spieler des Spieltags. Finito. Aus. Komplito. Vor allem, wenn du noch bei Stuttgart spielst. Finito. Strich. Wir kommen in die zweite Liga in die eigentlich geilere Liga, Freunde, weil da der geilste Klub der Welt spielt. Und zwar FC Magdeburg. Bro, what? Es war ein Witz. Bro, what? Es war ein Witz. Es ist natürlich Nürnberg. Bro, what? Bro, what? Wassel Westbrook? Wassel Westbrook? Wassel Westbrook? Ey. Das geht raus. Ey, es gab wieder geile Kowaios, Freunde. Ja. Vor allem in der zweiten Liga, da hat es gescheppert. Es waren Derbys erstmal, um nur das mal zur Festigkeit festzusagen. Wie heißt es zur Vollständigkeit zu sagen? Nürnberg gegen Kröder für das Franke Derby. Franke Derby? Das älteste Derby der Welt gefühlt. Dann hatte man noch Kaiserslautern gegen Karlsruhe. Wie nennt man das? Ich glaube, das ist das Südwestderby. Stark. Ich glaube aber für die Kaiserslautner ist das Derby gegen Waldhof definitiv wichtiger. Die jetzt aber nicht mehr spielen. Kleiner Punkt an dieser Stelle. Alter, was hat eigentlich geisteskrank Waldhof gemacht? Wir haben keinen Clip davon. Ich schreibe mir nur gerade ein. Ich habe einen Clip auf Twitter gesehen, da hat der so ein mieses, böses Voll gemacht. Der müsste für fünf Spiele gesperrt werden. Asozial. Wenn ihr es mal sehen wollt, findet ihr es bestimmt irgendwie raus, wenn ihr es sucht. Ich habe es leider kein... Ich habe es irgendwo auf Twitter gesehen einfach. Ich weiß es nicht. Und da stand nicht mal was mit Waldhof dabei irgendwie. Also, ja. Nö. Also, Spieltagswinner ist Hummels. Ah nein, aber jetzt wieder 39%. Beide teilen sich gerade. Wir enden mal die Umfrage. Oder wenn ihr noch nicht teilgenommen habt, Freunde, klickt jetzt nochmal in den Chat drauf. Umfrage beenden. Wir beenden in 10, 9, 8, 7, 6, 5, 9, 4, 8, 7, 3, Scheiße. Achso, ja. 10, 9, 6, 7, 8, 9. Spieler des Spieltags ist... Laut der Dime-Time-Community, Gierazzi, glaube ich jetzt einfach mal, oder? Ich sehe die Ergebnisse leider nicht. Die werden im Chat nicht angezeigt, doch an YouTube. Na scheiße. Komm, wir gehen rein. Wir schauen uns mal die Choreo an von der zweiten Liga, Freunde. Felix Magert, der Boss weiß Bescheid. Jetzt Splashy mit 6 von 34. We still in that bitch. We roll in that bitch. Warum machst du jetzt Frauen da rein? Warum machst du es jetzt sexistisch? Ich gucke so, in that bitch. Und der Bitch ist die zweite Liga an dem Fall. Dass der 34 gerade noch läuft. Also vergleichst du jetzt Frauen mit Fußball? Ja. Wegen den Bällen. Wegen den Bitten. Also, ersten Blick werfen wir auf das Franken-Derby. Ganz kurz, 1-1. Das Spiel war nichts Besonderes, aber dafür war die Choreo umso geiler, Freunde. Der Can Yilmaz Uzun. Der ist was Besonderes. Der hat auch mal bei Gala gespielt. Nein, der ist 17 Jahre alt. Okay. Der ist super. Elfmeter Tor 2. Ich glaube, Nürnberg hat mittlerweile 45 Elfmeter bekommen. Der Can Yilmaz Uzun, wie es unsere deutschen Kommentatoren sagen würden, ist wirklich ein stabiler Typ. Das Spiel auf dem Platz war vielleicht jetzt nicht das Allerbeste, das Allerfeinste. Allerfeinste. Das Spiel off the field, also zumindest von den Zuschauerrängen, das war schon ein sehr, sehr hohes Niveau. Wir schauen einmal in die Choreo rein vom 1. FC Nürnberg. Von allen verehrt, von allen vergöttert. Boah, geisteskrank, Digger. Wirklich, wie groß auch. Wie riesig. Was kann man machen denn, Nürnberg? Also dieses Stadion ist ja auch ultra-trash mit der Tartan-Bahn dazwischen. Aber wow. Das sieht geil aus, ne? Sehr, 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 sehr stark. Also das ist wirklich big. So, und dann schauen wir mal die Antwort auf der anderen Seite. Die sehen aus wie Boston Celtics, die erinnern an Boston Celtics immer. Die Fans vom Rohnhof sind das. Boah. Wow. Sehr, sehr krass. Ist auch schon geil. Mit der Tartan-Bahn dazwischen hast du halt Schutz, ne? Raketen können nicht den Platz erreichen. Da knallt es aber ordentlich. Ich frage mich jedes Mal wieder, wie kriegen die diese Raketen da rein? Ich habe tatsächlich letztens mal von einem gehört, dass der gesagt hat, der war mal bei einem Auswärtsspiel und da waren ganz viele, sind mit Krücken gekommen. Als ob die verletzt wären. Und in den Krücken waren dann anscheinend diese Püre und sowas drin. Smart, ne? Die sind Füchse, ja. Also wenn ihr mal drauf acht, vielleicht vom Stadion, wenn ihr viele mit Krücken seht. Auf einmal die ganze Ultraszene kommt so mit Krücken. Vielleicht die Hamburger oder Dortmunder Ultras vielleicht schon. da gab es auch eine fette Schlägerei, Freunde, am Wochenende, weil die Hamburger mussten ja nach Elversberg und die Dortmunder mussten nach Heidenheim. Und, ne, nach Freiburg, sorry. Und anscheinend haben die sich in Mannheim am Bahnhof alle ein Meetup gehabt. Ich weiß nicht, ob es zufällig war oder geplant war, aber die haben da eine richtig, richtig brutale Fetzerei gehabt. Also, sehr, sehr krass. Habe ich nur ein Video im Internet gesehen. Könnt ihr mal bestimmt überall finden. Welche Fans waren es? Magdeburg und Dortmund? Nein, HSV und Dortmund. HSV und Dortmund. Ultras halt. Also, Hooligans oder so. Whatever. Okay. Crazy Frog. Ging auf jeden Fall ab, habe ich auch gesehen in diesem Video. Aber ich war mir nicht mehr sicher. Stimmt ja. Weißt du, was auch abging? Schalke gegen Magdeburg. Schalke gegen Magdeburg ging verdammt nochmal ab. Junge, ich habe ein bisschen Flashbacks gekriegt zu unserem Spiel gegen Magdeburg. Ich hätte mir gewünscht, dass die dieselben Flashbacks gehabt hätten wie wir. Ja, sage ich dir ganz ehrlich. Wir viermal in Führung. 6-4 verloren am Ende. Die fallen dreimal zurück. Oder besser gesagt, nicht dreimal, aber die legen lange zurück. Dann wieder. Ja, also das 3-2 kommt ja dann relativ zügig nach dem 2-2 von Schalke. Zwei Minuten später, um genau zu sein. Ah ne, fünf Minuten später. Und zwei Minuten später, dann wieder diese... Auweia. Auweia. Und wild auch auf jeden Fall der Call. Du hast, glaube ich, mit Broski... Ja, ich war ja beim Spielfreunde. Und, äh... Also wir haben halt was gedreht für Sky. Ähm, und, ähm, danach... Also Broski war schon... Ich war mit Broski quasi da. Also Gamerbruder, für alle, die ihn nicht kennen, guckt ihn euch nicht an. Macht keinen Sinn. Ähm, aber, äh... Wir waren dort. Und er hatte irgendwie vor zwei Wochen oder vor einer Woche hatte er die Möglichkeit, weil er ja großer Schalker-Fan ist, den Schalkern ihre Ultimate-Team-Karten zu überreichen. Weil Dienstag kommt ja zumindest für die Content Creator FC24 raus, ihr FC24. Und, äh... Er konnte denen halt die Ratings, ihre Karten übergeben. Und da hat er dem... Oh, 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 oh... Avian, 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 äh... gefragt so, ey, wann kommt man wieder im Freischusstor? Und der hat dann gesagt, also es gibt auch den Clip auf dem YouTube-Jahr, nächstes Spiel oder nächste Möglichkeit. Nächstes Mal. So. Ein Spiel später haut er das Ding da rein. Bang! In der, was weiß ich hier, 69. Minute noch 6ix9. Aber, muss man schon sagen, auch Schrott gehalten. Findste. Der geht in die kurze Ecke, der Bro ist schon fast dran. Der war doch nicht in der kurzen Ecke. Der Freistoß. Der war nicht in der kurzen Ecke. Nicht kurze Ecke, sorry. Aber er war schon voll nah an der linken Seite. An der linken Seite. Er hat ja den Ball berührt, er hat einfach nicht so gut abgenommen. Aber ey, muss er erst mal treffen, Digga. Ich habe in meinem Leben nur ein einziges Mal auf den Platz gefurzt. Also so mehr habe ich auch nicht hinbekommen. Muss also ein Freistoß-Tor knallen. Das Spiel war halt wirklich auch ein Riesendurcheinander. Also Magdeburg 2-0 geführt, dann machen sie doch mal den Ausgleich. Und dann führt Magdeburg wieder. Und dann drehen die Schalker das Ding nochmal. Wirklich das Stadion hat gebebt in der letzten Minute. Der 38-jährige dritte Torwart von Schalke wurde eingewechselt, weil Marius Müller verletzt raus musste, nachdem er sich... Schockdiagnose. Ja, was gerissen hat. Der hat es auch mehrere Monate ausfällt. Das hatten wir auch gemerkt. Gute Besserung an dieser Stelle. Und dann haut er das Ding dann nochmal raus in der letzten Sekunde. Wir standen wirklich, weil wir was gedreht haben mit Sky. Wir standen direkt am Feld. Also unsere Füße waren quasi schon auf dem Rasen an der Seite. Und Broski steht da, der konnte es gar nicht fassen. Die hatten ja nochmal eine Ecke oder Freistoß oder auch immer. Und der holt das Ding da raus. Man sieht nur um sich rum diese Arena, wie sie bebt und zittert. Meinst du das beim Elfmeter jetzt, als er den rausgeholt hat? Oder reden wir von dem Freistoß? Das war kurz vor Schluss nochmal, bevor die fast nochmal ein Tor gemacht haben, die Magdeburger. Ah, wo der hier Langer den Ball rausgefischt hat. Der Torwart. Ja genau, also der dritte Torwart. Das war echt crazy. Aber auch vor dem Spiel, Freunde. In der Arena, in der Felddienst-Arena. Die hat ja oben nur so eine kleine Öffnung. Die ist ja ziemlich weit zu und hat oben eine kleine Öffnung. Und beide Seiten haben richtige Rauchbomben rausgeknallt. Beziehungsweise Pyro. Also Schalke mit Rauchbomben, Magdeburg mit Pyro. Und der Rauch hat bestimmt bis zum Ende der ersten Halbzeit da drin gesteckt. Ich saß ziemlich weit oben. Und da hat sich der ganze Rauch halt gefangen. Es war so schwierig, teilweise was zu sehen. Weil in dieser Arena nicht alles rausgeht. Wir werfen mal einen Blick auf Schalke. Die richtig, die halt ein Choreoverbot haben momentan. und dagegen quasi noch ankämpfen. Die haben ein Choreoverbot. Ja, ich weiß auch nicht genau warum. Aber die haben ja, wenn man jetzt mal dieses Bild da sieht. Die Sicht auf die Nordkurve. Links über der Nordkurve ist ja so ein Riesenfenster. So eine Art Loge. Und da ist Polizei drin. Die sieht quasi, wenn man nicht so sieht, die sind so straight runter auf die Kurve direkt. Die können direkt von da alles filmen und alles machen. Was für einen Spot haben die Schalker denen denn gegeben, diese Ops? Ja, über den Fenster ist auch so ein Riesenbanner mit so Pfeilen runter, Problemfenster und sowas. Und ja, deswegen haben die da die Rauchbomben gezündet. Und es ist ja fast alles auch in die Richtung zu dem Fenster gezogen. Also die haben komplett die Polizeistation damit eingedampft, eingeraucht. Das sah wirklich sehr, 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 sehr krass aus. Schauen wir mal rein. Wo saßt ihr? Ich saß noch weiter oben. Also ich saß ungefähr da, aber ich saß so eigentlich ziemlich am Mittelfeld. Ich saß da auf Presseplatz. Haupttribünemäßig. Ja, genau. Also wirklich geisteskrank. Wirklich. Sehr, sehr geil. Sehr, sehr krass. Also wir feiern es ja. Es gibt ja auch viele, die es wirklich hassen und sagen, es ist voll für Dummköpfe und so. Ich finde immer, man fühlt das einfach. Das passt irgendwie. Aber ich kann auch irgendwie verstehen, wenn du überlegst, du bist im Stadion eine halbe Stunde, du siehst nichts halt. Und das war vor dem Anpfiff, denke ich. Es war vor dem Anpfiff. Also ich weiß das, weil ich glaube, Bayern gegen Hertha dieses Jahr, letztes Jahr, als wir gegen die gespielt haben, als sie bei uns waren. Ich komme nach der Halbzeit rein. Komplettes Stadion blau. Also wirklich so komplett zu mit diesen ganzen Rauchdingern halt. Und man sieht nichts. Ich finde es geil. Ich finde es auch fresh. Aber klar, in der Arena ist es halt schwer, dass es rauszieht halt. Da ist es halt nicht, das Loch oben so riesig. Und dazu hat ja auch noch Magdeburg eine geile Choreo geknallt. Die haben ja das Ding wirklich voll gemacht. Das war dann quasi schon zum Anpfiff hin. Und die haben einen fetten Banner da mit FC Magdeburg-Logo in Blau-Silber da runtergezogen. Haben fette Fahnen gewedelt. Und dann noch die Leucht, wie heißen die, Leucht-Bengalos, die halt aber geblitzt haben. Weißt du, was mich das erinnert hat? Als Hertha gegen Schalke gespielt hat. Wir haben auch sowas ähnliches gesagt. Da hat die Auswärtsgruppe auch so mies geleuchtet. Ich glaube, wir hatten aber mit Ballons dort gemacht, oder? Mit Ballons. Nee, Ballons war Hamburg. Stimmt. Stimmt, stimmt, stimmt. Aber siehst du da, das ist auch noch vor Anpfiff. Also das ging wirklich geisteskrankt, wenn du das da siehst. Ich freue mich auf Schalke dieses Jahr. Guck mal, wie der raucht, das komplette Logo verdeckt. Du hast es gerade eben noch alles gesehen und jetzt dicht. Brutal dicht. Sehr, sehr krass. Sehr sick, Alter. Freue ich mich auf jeden Fall drauf, wenn wir dort auch sind. Freue ich mich sehr, sehr drauf. Am Ende holt Schalke die drei Punkte. Am Ende holt Schalke die drei Punkte. Wir haben Arslan, Ahmed viel, viel Energy gewünscht. Er hat leider nicht gespielt. Leider nicht. Er hat leider keine Minute gespielt. Ich würde nicht sagen, aber vielleicht lag es auch da dran, Alter. Aber ey, der eine von Magdeburg, ich kenne seinen Namen nicht. Etwas kleiner, auch dieser Zopf und sowas. Wow, ist der dynamisch auf dem Platz. Rennt der. Sieht ein bisschen auch aus, als wäre er vielleicht ein bisschen unsympathisch. Er hat richtig viel rumgemeckert. So ein bisschen auch Führungsspieler so. Aber sehr, 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 sehr krass. Baris Atik. Baris Atik. Krass gestimmt. Letztes, im letzten, hier, als wir doch mit Ahmed letztes Interview hatten, da habe ich auch gesehen, da haben ein paar Leute über Atik rumgeheult, dass der so richtig arrogant sein soll und sowas in der Art. Aber ey, man, am Ende des Tages. Du bist Profi, du willst gewinnen, Alter. Ja, der juckt auch nicht, wer was von dir denkt auf dem Platz halt so. Das sind diese 90 Minuten, danach ist das normale Leben, aber natürlich, da ist die ganze Kamera. Ja, gut, man muss ja trotzdem. Aber ey, als Ausstehender kannst du sowas nicht beurteilen. Das war jetzt auch No Front oder so. Es war auf jeden Fall ein geiles Spiel. Es war geile, hitzige Stimmung. Hat Spaß gemacht. Ihr werdet dazu auch noch Content bei mir auf dem Kanal sehen, weil wir da die Möglichkeit hatten, was zu drehen. Wir waren ja auf dem Feld quasi mit Sky zusammen. Also es war wirklich cool. Da kommt am Freitag was. Am Freitag. Am Freitag. War nice. Nice, nice, nice. Da könnt ihr euch immer drauf freuen, ihr seid auch auf diesem Kanal hier, neuen Gaming. Ah, stimmt, ja. An dieser Stelle gerne einmal, wenn wir schon ein paar Leute hier zusammen sind, könnt ihr auch gerne ein Follow da lassen auf unserem Dime-Time-Kanal. Da werden wir in Zukunft nämlich immer den Stream laufen lassen. Aktuell haben wir nur die Watch-Partys drüben. Letzten Freitag Bayern gegen Leverkusen und vergangenen Dienstag noch die DFB-Watch-Party, die wir auch dazu noch hatten. Also lasst gerne da auch ein bisschen Liebe da. Und da werden wir auch einige Male onkommen und irgendwann bei den Switch komplett rüber machen. Leider jetzt zur Champions League machen wir keine Watch-Party, weil Sabri wird auch in Mühe sein. Morgen, aber das Problem mit Gästen war ja nur, weil du gestern noch beim Spiel wärst und so, ist trotzdem bei dir zu full. Willst du lieber mit Frauen? Lass nochmal quatschen. Wir können nochmal quatschen. Maybe gibt es eine spontane Watch-Party morgen, maybe not. Aber vielleicht. Was ist morgen? PSG gegen Dings, ne? Weiß ich gar nicht genau, was morgen alles ist. PSG, glaube ich, gegen Dortmund. Und Leipzig noch. Mittwoch ist natürlich schon interessanter noch. Wir sind jetzt schon wieder auch eine Stunde zwanzig online, Freunde. Wir werden uns jetzt ein bisschen ranhalten. Wir wollen die Show nicht immer zu lange machen, dass es natürlich auch noch watchbar ist. Deswegen gehen wir jetzt rüber zu Bayern, wollte ich gerade sagen. BSC gegen EBS. Freunde, erstmal ein dickes W in den Chat für Hertha. Wir haben nämlich ein Heimspiel geholt. Ohne Gegentor. Ohne Gegentor. Auch gegen Greuther Fürth ohne Gegentor. Die letzten zwei Heimspiele, 8 zu 0 Tordifferenz. Ein 3 zu 0. Und man kann, glaube ich, von auch hinten bis vorne sagen, ein verdientes 3 zu 0 für unsere alte Dame, die gestern wirklich ein gutes Spiel hingelegt haben. Es hat sehr, sehr Spaß gemacht, das Spiel zuzuschauen. Die Ostkurve ist extrem gut abgegangen. Braunschweig war auch in guter Zahl vor Ort. Die haben die Auswärtskurve auf jeden Fall von unten bis oben voll gehabt. Haben gar nicht mal so schlecht Stimmung gemacht. In diesem Jahr gab es von denen, die zu uns kamen, noch keinen, der das wenigstens so aussehen lassen hat. Bisher war Wiesbaden, Fürth. Die waren schon eher Katastrophe. Wiesbaden halt, also haben jetzt nicht so viel. Greuther Fürth, Todes der Weite. Braunschweig hat ja auch eine gute Lage. Gute Lage in der Nähe auch. Genau. Sind relativ zahlreich zu uns gekommen. Ich glaube, die können mit der Regio fahren. Das ist lit. Und ein gewisser Neuzugang, den man nicht wie ein Piontek für 20 Mio gekauft hat, sondern wo unser Manager wirklich geguckt hat. Amänner Kölben. Geguckt hat. Ja, wie Gordon Ramsay auf Prime Basis für 500k einen Mann nach Berlin geholt, aus der österreichischen Liga, der Euroleague-Quali noch gespielt hat. Und jetzt bei uns vorne mitstürmt. Und es haben sich einige Dinge bei uns geändert. Ja, wir sind jetzt auf dieser Basis, dass wir zu einem Spiel kommen von Hertha, als Herthana. Und es ist nicht mehr die Frage, ob jemand zündet, sondern wie viele er zündet. Es ist wirklich schön, mal einen Stürmer zu haben, der einfach die Dinger reinknallt. Dieses Match, Fabi Reze und Tabakovic. Bockt. Es greift wirklich wie ein Zahnrad, Alter. Bockt auf jeden Fall. Man sieht wirklich, die Jungs, man hat jetzt da bei Hertha ein paar Jungs auf dem Platz, denen es richtig Spaß macht zuzuschauen, weil sie als Team agieren, weil sie feiten füreinander. Und es bockt einfach. Es bockt einfach wieder, als Herthana ins Stadion zu gehen. So richtig. Ich meine, auch Magdeburg. Kann man ja rumheulen, wie man will. Wir haben vier Tore geschossen. Unsere Offensive macht Tore. Wir haben die ersten drei Spiele kein Tor gemacht. Seitdem Haris Tabakovic da ist, rollt der Scheißball und es musste auch so ein ekliges Scheiß-Tor passieren. Ich kann mich noch daran erinnern, ich stand im Olympiastadion bei Fürth. Da habe ich mit einem Kollegen kurz geredet über Haris und ich meinte, Bro, der ist krass. Du willst sehen, der ist krass. Der ist wirklich krass. Das sehe ich dem an. Der ist gut, weil der gegen HSV ja auch gut reingeschissen hat. Da hat ja jeder nach dem HSV-Spiel bei ihm auch wieder gesagt, der wird nichts. Das wird bei uns nichts. Aber der ist gut, weil der hat einen Riecher. Der weiß, wo der stehen muss. Einfach schön. Und es bockt einfach nur. Der Mann macht einen Dreierpack und es hätte auch ein Fünferpack sein können. Der Ball war nämlich fünfmal im Netz. Zweimal im Abseits. Zweimal im Abseits. Erste Ding habe ich gar nicht gecheckt, was da passiert ist. Ich habe es auch erst nicht gecheckt. War wirklich sehr verwirrt. Aber am Ende wurde es dann irgendwann nochmal auf Sky aufgelöst. Also es war halt wirklich eine... Also es wurde alles als eine Aktion gezählt. Es war schon vorher in einem Angriff irgendwo abseits. Wo dann aber der Ball schon wieder da, da, da war. Aber die haben es halt nicht abgewürfen. Die haben es halt laufen gelassen halt, so wie es ist. Und deswegen wurde da dann... Davon ist Abseits genommen. Und es war auch gefühlt so ein Stück in einem ganz alten Angriff. Ja, aber am Ende kann man sich nicht beschweren. Abseits, Abseits. Das sind die Regeln halt. So sind sie halt. Deswegen wurde das zurückgenommen. Ich saß vor dem Fernseher und war wirklich so... Ich war nicht verarschen. Das war kein Abseits. Das war kein Abseits. Wo Abseits? Aber egal. Hertha 3-0 gewonnen, Freunde. Bisschen aus dem Keller geschossen. Nicht allzu weit. Ich glaube, jetzt haben wir sieben Punkte. Auch sieben Tore und sieben Punkte. Wir hatten auch noch einen krassen neuen Debütant. Nein. Sechs Punkte. Sechs. Wir haben zwei Siege, vier Niederlangen. Ich weiß es. Wir haben kein Unentschieden gegen niemanden gespielt. Alles gut. Du brauchst nicht zu googeln. Du brauchst nicht. Wir haben sechs Punkte. Hab ich doch gesagt, du Pietsch. Tut weh, ne? Mach du weiter. Okay. Wildes Game, Freunde. Einen geilen Debütanten hatten wir auch noch. Den Tiag Ernst. Unser Torwart hat sich leider verletzt vor dem Spiel. Oder besser nicht verletzt. Sorry. Er ist krank. Gute Besserung an dieser Stelle. Hat auch gute Spiele gemacht. Quasi groch. Macht sein erstes Game. Gibt sein Debüt. Und ein zu Null zu Hause. Ihr seht. Walla süß. Er hat einfach Tränen in den Augen. Kann man natürlich verstehen. Maschallah. Und unser Schwede hat auch sein erstes Debüt heute gemacht. Genau. Debüt. Vorlage auch. Bilal Hüseyin hat er auch stark gemacht in dieser Situation zu Haares. Dieser Doppelpass da, wie er den Ball mitnimmt. Stark. Einfach gewusst, dass er da steht. Da wird er hinkommen. Da muss er dann auch stehen. Da wird er hinkommen. Diese Dynamik sieht man jetzt bei Hertha. Deswegen ist man ein bisschen positiver. Ist ja nämlich ein bisschen an Leverkusen. Man ist ein bisschen. Leverkusen letztes Jahr meinst du aber, ne? Wie die gestartet sind? Dieses Jahr. Dieses Jahr. Diese Kombination einfach so ein bisschen, wer da steht. Ey, Hertha, Männer, strafft euch. Macht jetzt so weiter. Nächste Woche geht's auswärts nach Kiel. Da sind wir auch am Start. Freut mich drauf. Kiel hat nämlich diese Woche auch echt reingeschissen. Kiel hat verloren. 5-1. 5-1 gegen Pauli. Ja. Pauli kommt in zwei Wochen. Nee. Pauli kommt in zwei Wochen nach Berlin. Ja, genau. Pauli kommt in zwei Wochen auch nach Berlin. Da bin ich auch sehr, sehr gespannt drauf. Aber ja, Kiel war wirklich eine trockene, trockene Geschichte, Freunde. Denn die haben 5-1 reingeschissen. Bro. Auf Pauli. Da bin ich jetzt auch sehr, sehr gespannt, was da passieren wird. Und Pauli hat auch wirklich eine krasse Choreo rausgekommen, muss man sagen. Also die haben wirklich zu Hause einfach mal den Kielern gezeigt, was eigentlich Fußball ist. 4-1-Top-Flop. Ja, komm. Zeig es mal direkt rein. 4-1-Top-Flop. Es gibt keinen Top-1-Flop heute. Doch, von mir schon. Ja. Du musst noch zeigen, was sie dazu geschrieben haben. Pauli hat das gepostet und hat geschrieben, dieses Video. Das gibt es nur auf St. Pauli. Schau mal rein. Dieses Ding, wenn man so dreht, wenn man so dreht und dann kommt so Konfetti rausgeschossen. Ja, also hat auf jeden Fall alle anderen Choreos in die Tasche gesteckt diese Woche, Freunde. Die haben komplett hops genommen. Von 1-10, Chad. Was ist das? Zeig doch mal die Antworten auf den Tweet. Für mich ist es nur 15. Junge, der Fernseher hat sich irgendwie umgestellt da vorne. Der ist ja mies komisch plötzlich. Die Antworten sind, was genau? Fahnen oder Konfetti? Oder der Typ, der jawohl ruft? Oder machen wir weitere Anzeigen? Die eine war krasser. Man sieht aber die... Achso doch. Beschissene Choreos kriegst du auch in Bielefeld. Sehr schön. Ja, wirklich. Tja, aber 5 Tore haben sie gemacht. Die Tore hat gefruchtet auf jeden Fall. Die waren so, what the fuck is that shit? Und dann hat es aber richtig gefruchtet. Und was ich dazu noch sagen wollte. Junge, ein Traumtor nach dem anderen. Ich will nicht sagen, es ist ein bisschen... Also ich würde mich jetzt als Herthaner mit diesem Spiel auf jeden Fall nicht sicher fühlen. Oh, Kiel wird easy peasy auf dem Weilen. Sie haben ja davor auch schon gut gespielt. Die Tore, ich habe mir nicht mehr komplett die Highlights gegeben. Jedes einzelne Tor geben wirklich vier Tore, Traumtore. Alle außerhalb des Strafraums. Das ist nicht die Norm, dass St. Pauli so... Vom St. Pauli schießt fast nie ein Tor gefühlt. Und dann knallen die fünf Dinger bei diesem Nordding gegen Kiel. Also sau, sau stark natürlich am Ende, weil die Tore waren wirklich eins krasser als andere. Freistoßtor, dies, das, wirklich alles mit dabei. Und deshalb Kiel zu Hause sowieso noch mal was ganz anderes. Ich bin gespannt, was die am Sonntag gegen Hertha machen werden. Aber das wird auf jeden Fall kein... Es wird kein Spaziergang. Die Kieler haben eigentlich gut in die Saison reingestartet. Und die waren auch oben mit dabei. Also da sind sie auch nicht umsonst da. Das heißt, wir werden gespannt sein. Mal gucken, ob ich in Kiel wieder ausgeraubt werde, wie das letzte Mal. Oder Schmitzi wurde ja auch ausgeraubt dort. Ich habe auf die Fresse gekriegt. Also es war schon... Kiel ist ein interessantes Pflaster. Deswegen bin ich sehr, sehr gespannt, was wird. Sag es nicht. So, gehen wir rüber. Gehen wir in noch ein zweites Bundesligaspiel rein? Oder, weil ich meine, Düsseldorf hat ja auch noch 5-1 gewonnen. Kann man auf jeden Fall mal... 3-1. 3-1. Menschen... Ah ne, Hannover hat 7-1 gewonnen, mein Freund. 7-0 sogar. Ja. Ja. Gestern, als wir im Stadion waren, da klingelt es ja immer kurz. Ding. Ja, ja, genau. Und ich höre es jetzt mal so. Ding. 3-0. Zu Hause auch. Auf dem Fernseher immer dieser Ticker oben. Ding. Du warst an... In der Kurve war es nicht... Ja, okay, aber da ist man auch die ganze Zeit rumschreien. Aber es kam wirklich siebenmal dieses Ding und du denkst, bei jedem mal war es so... Dann mögst du alle so... Was machen die wirklich? Wirklich Osnabrück wurde leider komplett Osnabrück pflückt. Oh. Ne. Aber immer noch jetzt, also mit Recht letzter jetzt aktuell leider. Mit Recht. Erstes Spiel gegen KSC haben sie ja gut gespielt am Anfang. 3-2 verloren. Da waren wir im Stadion, ne? Ja. Hey, Osnabrück. Sehr, sehr, sehr taffer Start. Ich glaube, die sind als Einziger noch mit 0 Punkten im Game. Können wir aber gleich nochmal auf die Tabelle schauen. 7-0. Was sagt das für Hannover? Eigentlich nicht viel, ne? Die haben einfach nur komplett Escalation gemacht. Können die... Ich weiß nicht. Wir werden ja gleich mal auf den Blick auf die Tabelle. Ich weiß genau, wo Hannover steht, aber schon sehr, sehr krass. Was halt Tabellen aussagekräftig war, war halt am Freitag... Wann haben die gespielt? Samstag? Eltersberg gegen Hamburg. Ja, ja, ja. Wir gehen nochmal von Freitag durch einfach mal Paderborn gegen Wien-Wiesbaden. 2-1. Auch da, ja, habe ich Mocki gesehen, wie er gefolgt hat. Musste nicht sein, so auf den, ne? Die hätten das auch wieder überleben können. 1-1. Haben sie nicht geschafft. Nächstes Spiel, Frankenderby, hatten wir schon 1-1. Karlsruher Derby, Südwestderby. Ebenfalls ein 1-1. Gab es da... Da gab es nicht viel Choreo, haben wir nicht viel zu gefunden auf jeden Fall. Trotzdem okay Spiel, würde ich sagen. Wie Nürnberg gegen Greuther Fürth, ähnlich. In Rostock musst du auch erstmal gewinnen. 3-1 Fortuna Düsseldorf. Die, die gegen uns im ersten Spiel nur knapp 0-1 gewinnen konnten. Fortuna hätte ich nicht so gut auf dem Schirm gehabt. Die sind oben mit dabei auf jeden Fall. Und jetzt ist die Frage, ob wir schon April haben. Weil Elversberg rasiert zu Hause HSV 2-1. Natürlich haben die die jetzt nicht komplett runtergespielt. Aber man muss sagen, der HSV Elversberg, die spielen mit. Die spielen immer guten Fußball. Die schießen ihre Tore. Die erarbeiten sich ihre... Also die haben wirklich eine gute Offensivpower. Die spielen richtig gut zusammen. Und HSV hatte, glaube ich, zwei aberkannte Tore, wenn ich mich nicht irre. Knappe Dinger auch teilweise. Da gab es viele Beschwerde. Aber ja, krass, dass die da ausrutschen. Hätte ich nicht gedacht jetzt. Haben auch meinen Schein kaputt gemacht, meinen hypothetischen. Dein hypothetischer Schein wurde damit zerrissen. HSV hätte ich... Ich war wirklich so dieser Meinung, wer soll HSV rippen? Und dann ist es wirklich Elversberg halt, ne? Wir spielen im Dezember gegen die. Ich glaube, 5. Dezember oder so. Aber zu Hause. Bevor wir nach Lautern fahren, spielen wir zu Hause gegen Elversberg. Da freue ich mich sehr drauf. Bin sehr gespannt auf das Spiel. Ja, Mann. Da habe ich Bock drauf, Freunde. Ey, und ansonsten war es das jetzt auch hier wirklich erstmal mit der 2. Bundesliga. Die Tabelle machen wir nochmal einen ganz schnellen Blick. Wir sind schon wieder hier voll in der Overtime von der Show. Ach, so stimmt es doch gar nicht, oder? Wir haben doch erst 18 und 23 gestartet. Anderthalb Stunden sind wir doch noch so. Ja, dann geht es ja. Schalke momentan auf der 12, Freunde. Kurz hinter Nürnberg mit einem Punkt. Und da ist so ein bisschen so das Mittelfeld in die Richtung. Drei Teams mit 8 Punkten. Und dann Hansa Rostock mit 9. Schalke mit 7. Also da wirklich pro Sieg kannst du momentan echt einen guten Sprung machen, wenn die anderen nicht unbedingt gewinnen. Ja, also es ist wirklich sehr, sehr knapp. Trotzdem noch Düsseldorf auf der 1. Sehr spannend. Nachdem Hamburg eben in Elversberg gepatzt hat. Gleich viele Punkte aber. Die Tordifferenz ist es aber am Ende, die entscheidet. Und Kiel, wo Hertha jetzt am Sonntag, Samstag, Samstag, Sonntagsspiel, ist ein Sonntagsspiel. Hin muss 12 Punkte, 1 Punkte wieder hinter. Also es wird sehr, 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 sehr tough. Ich hoffe, da wird Tabakowitsch ohne Filter spielen. Amen. Inschallah. Ein schöner schwarzer Krause, Tabakowitsch. So ein richtig harter, ekeliger Tabak. Ein richtig ekelhafter Tabak, die komplett rasiert. Dann auf Platz 13 haben wir Elversberg, Paderborn, die auch komisch gestartet sind, die aber auch einen wichtigen Sieg sich holen. Und Hertha BSC. Ja, nee, wir sind auf Platz 15. Aber die Tordifferenz. Plus 1. Für Platz 15 sind wir echt sehr euphorisch, habe ich das Gefühl. 12 Tore und 11 Tore kassiert. Wir sind sehr euphorisch für die Toreferenz, finde ich. Äh, für die Platzierung. Ey. Es fühlt sich nicht an wie die 15 halt. Es fühlt sich nicht an wie die 15, wenn du dreimal 1-0 verlierst. Oder nee, zweimal 1-0, dann natürlich klares Spiel gegen HSV und Magdeburg 6-4. Das sind die Liederlangen und die Siege sind 3-0, 5-0. Ja, nee. Ja, nee. Was soll man da so sagen? Normal ist man ein bisschen euphorisch. Man muss aber auch irgendwo sich ein bisschen diese positive Energy hernehmen, dass man glaubt, warum gehe ich sonst ins Stadion, wenn ich nicht an mein Team glauben würde, so am Ende ist das, ne? Ja, Mann, ja. Und diese Hoffnung, dieses Glauben ist wieder da. Wilde Nummer. Können wir einmal nochmal auf die Torschützenliste gehen? Das würde ich mir nochmal angucken wollen. Von der Bundesliga? Von der zweiten Bundesliga. Wer ist auf der 1? Wer ist denn auf der 1? Ich weiß es nicht genau. Hat der Mann zum Beispiel einen schweizerischen Hintergrund? Einen schweizerischen. Er wird tatsächlich einen jugoslawischen Hintergrund bald haben, weil er wird bosnischer Nationalspieler noch. Mit sieben Toren. Auf Platz 1. Ohne Bild bei bundesliga.de. Was soll das? Charis. Tajarakovic. Jarakovic. Haris Jarakovic. Mit so einem großen Jarak. Hätte ich mir immer nicht gedacht, ey. Mal gucken. Fabi, ich habe ja dieses Ding ja gestern geteilt mit Tabakovic. Mit diesem, hier dieses Zigaretten-Ding da. Für die gegnerische Abwehr tödlich. Hat Fabi auch sehr gefeiert. Hat er mir schon geschickt. Fabian? Reze, ja. Naja. Der war ja auch einfach nach dem Spiel direkt noch im Mauerpark, habe ich gesehen. Ja, der genießt seinen Hayat, Alter. Der genießt seinen Hayat. Der macht einfach sein Ding. Der meinte auch zu mir so, ich mache mir da nicht so viel. Dankeschön. Das fühlt mich nicht so fast. Ich gehe einfach. Also wenn ich Bock habe rauszugehen und so, ich mache ihn. Das ist ein Scheiß. Ja, geil. Das war auch geiler. Er hat auch wieder sehr abgeliefert am Spiel. Bisschen, die eine Szene, wo er den Ball einfach vorbeilegen wollte und sprinten wollte, war schon ein bisschen, teilweise sag ich mir so, nimmst dir aber ganz schön was vor. Du meinst hinten rechts? Er wollte ja, nein, er hat ja vorne auch mal probiert, teilweise einfach den Ball an dem Spieler vorbeizulegen und zu sprinten, weil er weiß, dass er so schnell ist. Da denke ich mir schon so, mutig, Digga. Mutig sowas. Aber er gewinnt auch die Laufduelle halt. Ja, er ist halt auch einfach schnell. Wer ist denn der Schnellste? Das sieht man doch auch hier auf bundesliga.de. Der schnellste Spieler, ach du Scheiße, in der zweiten Liga ist Christian Conte vom letztplatzierten VfL Osnabrück und auf der Zwei Aaron Opoku von Kaiserslautern. Ja, guter Mann, guter Typ. Guter Typ der Aaron. Könnten wir vielleicht auch irgendwann mal kriegen. Aber auf Platz 5, bisschen Wunder, ne? Martin Winkler. Martin ist auch schnell, Alter. Unser Rechtsaußen ist echt ein schnelles... Wo ist denn Fabi Reese? Der hat die 35 wahrscheinlich noch nicht geknackt dieses Jahr. Hä? Junge, was? 34,7. Er ist aber einer, der, ich glaube, der Spieler auf Platz 2 mit den meist angesetzten Sprints in der Bundesliga, in der zweiten Liga, habe ich, glaube ich, gehört, gelesen. Ich weiß nicht genau, in wofür man da die Statistik sieht. Machen wir alle Spielerstatistiken? Rechts, ganz rechts? Runter? Ja. Tore, Torverlangen, Torschuss im Pfosten oder Lattentreffer, Topspeed, Eigentore, Elfmeter, verwandelt, Elfmeter, Passgute, gewonnene Zweikämpfe, gewonnene Kopfballte. Flanken aus dem Spiel hat Fabi Reese die 27, die meisten, okay. Schade, dass der noch kein Tor hat. Also keine Vorlage, meine ich. Ja, mit den meisten Kopfballduellen. Die Quote ist da noch nicht so gut, die müssen wir noch hoch aufbächern. Sprints, Platz 1 mit dem meisten Sprint, Fabi Reese mit 183, das sieht man aber auch. Der sprintet immer, bam, bam, Bigolo. Junge, das ist echt ein geiles Stat, Alter. Man hat eh immer bei Fabis das Gefühl, dass er wirklich immer so richtig fast am meisten gibt auf dem Platz und 183 Sprints, Digga, die sprechen auf jeden Fall dafür. Oh, krass, bei Laufdistanz in Kilometer, 76 Kilometer, also der, der schon am meisten gelaufen ist, ist Marcel Hartl von St. Pauli. Das ist auch eine interessante Statistik, finde ich, wenn man sieht, wer ist der... Das ist so richtig, die Darida-Stat. Darida auch immer, der am meisten gelaufen ist, Alter. Ja, da ist Hertha nicht so weit oben mit dabei, ne? Aber die lassen auch eher die anderen halt laufen, ne? Das sind so ein bisschen die Spielmachers. Auch da Fabi Reese mit 61,8 Kilometern. Wahnsinn. Nicht schlecht, nicht schlecht. Gut am Sprinten, der Bré, auf jeden Fall. So, dann werfen wir jetzt nochmal auf ein Leak. Einen Blick drauf, würde ich sagen. Wir können die zweite Bundesliga an dieser Stelle ab von uns legen. Wir schauen einmal auf den Ball, mit dem... Nicht vorhin. That's what she said. Nein, Spaß. Der Ball, mit dem die Deutschen hantieren werden. Nein, Spaß. Mit dem alle hantieren werden. Wenn sie nämlich nach Deutschland kommen, alle außer Hansi Frick, der darf den Ball nicht mal angucken, leider. Der Arme, seitdem er über Gänse geredet hat, jetzt wird er nur noch gemobbt. Wir haben den UEFA Euro 2024 Ball. Leak. Leak. Ob es so ist, we don't know, aber sieht schon, sagt er noch aus. Aber der sieht schon aus wie so ein richtiger Peach-Ball in meinen Augen. Sieht nach einem klassischen UEFA-Ball. Das sieht wirklich nach so einem klassischen... Digga, was für ein hässliches Teil, Alter. Wirklich, dass sie immer so einen auf Bund machen müssen, seitdem das alles mit LGBTQ und sowas so groß geworden ist. Füch, sagst du das deswegen? Ich glaube schon, ja. Ich glaube, ehrlich gesagt schon. Ich glaube, es hat was mit LGBTQ und mit allen Nationen-Einbindungen zu tun, weil am Ende heißt es wieder, ey, ihr habt das nicht mit eingebunden, der Ball ist Rassist oder so in die Richtung. Er hat es natürlich saudumm gesagt, aber du weißt, was ich meine. Ich weiß, was du meinst. Seit vielen EMs versuchen die immer so dieses Bunte mit einzubringen, habe ich das Gefühl. Früher war ein Ball noch... Digga, wirklich, wie er jetzt startet. Früher waren die Bälle besser. Schau doch mal die alten Fußballer und die neuen. Sind die nicht geiler, die alten Bälle, willst du mich verarschen? Schau dir Teamgeist 2006 an. Schau dir WM 2002 den Ball an. Der geilste Ball, den es je bei einer WM gab. Der EM-Ball. Schau dir die alten Nike-Tiempo-Bälle an, Digga. Oh, da schlappert es mir im Arschloch, Digga. Ist das geil. Ja, weil früher war halt auch Deutschland noch nicht so bunt. Ja, darum geht es doch gar nicht, yo. Obwohl es noch nicht so bunt war, war es einmal besser, Alter. That's what you said. Nee, bin ich bei dir jetzt, tausend Prozent. Ich finde die alten Bälle auch viel, viel geiler. Ich finde auch diesen klassischen neuen alten Ball fand ich auch nicht so geil. Ich glaube, da geht einfach viel, viel mehr, was die Bälle betrifft. Warum muss man denn die Länderfarben damit einbringen, das verstehe ich einfach nicht. Wirklich, warum musst du das machen? Das ist doch scheiße, also es ist mir scheißegal, es ist nicht richtig. Es ist mir nicht scheißegal. Ich fände einfach so ein geiler, Standard, schwarz-weißer Ball vielleicht geiler. Die ersten Bundesliga-Spiele wurden ja auch gespielt mit dem Retro-Ball diese Saison. Den fand ich auch nicht so geil. Den Retro-Ball fand ich auch nicht so geil. Aber ja, so ist es halt. Also mit dem Sommer anscheinend unsere Spiele dieses Jahr spielen, auch alle anderen. Wie soll man mit diesem Ball sein Land vertreten haben? UEFA Euro 2024 in Deutschland, Freunde. Da freuen wir uns doch. Ab 3. Oktober kann man Tickets kaufen übrigens. Für Spiele von der EM. Maximal vier pro Person. Habe ich gelesen, kann man machen. Werde ich mir auf jeden Fall versuchen, so viele wie möglich zu kaufen. Also vier? Genau. Einfach für irgendwelche Spiele kaufen. Digga, da sehe ich mich voll. Ich sehe mich auf jeden Fall auch dort. Wir müssen da schauen, wie wir es planen. Ich habe auch richtig Bock auf Dime-Time-Watch-Partys, DFB, Alter. Ja, das wird so sexy. Vor allem ist auch schon das EM-Skript in den Ball integriert. Oh, semi-final Germany versus England. Das ist die letzte Euro, oder was? Nee, nee, das ist 2020, oder? Von 2020. It's happening again. It's happening again, ladies. Semifinal, aber es war Viertelfinale, wo Deutschland gegen England raus ist, ne? Ich weiß es nicht, aber mal gucken. Vielleicht sieht er auch gar nicht so aus. Vielleicht ist es ja auch ein Wrong-League, aber wir dachten, wir zeigen euch das mal. Und jetzt kommen wir zu einer... Lars, warte ganz kurz. Lars Bigmann. Ja, es kommt ein Video zu Schalke. Ihr habt zweimal jetzt... Ob ein Video zu Schalke kommt? Naja, nicht direkt. Es kommt kein Blog aus Schalke. Es kommt kein Blog aus Schalke. Es hat nichts mit Schalke zu tun, genau. Wir kommen jetzt zu einer neuen Rubrik, Freunde, auf die sich Splash-Bruder nicht vorbereiten konnte, weil er unter Druck nicht so gut arbeiten kann. True. Es ist eine neue Rubrik, wir nennen sie... Top oder Flop. Nennen wir sie so, oder nennen wir sie nicht? Nein, keine Ahnung, wir machen einfach Hut oder... Bad or Whack. Ach nee, ist das Gleiche. Oder wir nennen sie Top of the Week und Whack of the Week. Top of the Week ist auf jeden Fall Benji. Heißt das Arsch? Nee, also... Das heißt halt Homosexueller. Aha. Warum? Weil du diese LGBTQ-Sache rausgehörst. Ich sag nur, was es bedeutet und ich meine, du bist der Top der Woche. Aber der Top heißt doch Ball. Ah. Der Top. Erklär mal. Ja, du bist der Ball der Woche. Ah, okay. Aus welchem Zusammenhang? In dem Zusammenhang, dass du... So, Freunde, das ist Top der Woche. Nächstes Mal haben wir beide zwei. Amen. Beide einen. Jetzt hab erstmal nur ich meins. Und für mich ist das Top der Woche ganz klar unser Gast hier, Freunde. Der ist Maskottchen vom 1. FC Karnevalsverein Köln. Hennes, die Ziege. Hennes! Hat wirklich, wie man schon auf dem Bild sieht, seinen Hund mit aufs Feld genommen. Wir werfen mal einen Blick rein. Das YouTube-Video von der Sportschau, Freunde. Minute 52 ohne Ton machen wir, Freunde. Wir wollen ja hier keine Sperre kriegen an der Stelle. Und los geht's. Zieht euch die Highlights selber rein. So, also, man sieht jetzt... Hennes ist ausgebüxt. Und wo er hat seinen Herrscher quasi auf den Haft passen, sollte er einfach mal mit aufs Feld gezogen. Digga, aber wieso war der Typ einfach gleich groß wie diese Ziege, Digga? Die waren erst aufgestanden, der war fast gleich groß, Digga. What the fuck? Ey! Hennes, ey, ey, wow. Digga, Wahnsinn. Wirklich, wie peinlich. Für mich der Top of the Week, der funniest Moment of the Week, Freunde. Und im Gegensatz dazu gibt's natürlich auch den Whack Flop of the Week. Den Flop, der Flop als Kacke. Lass mal nicht Flop sagen. Flop ist doch aber Kacke. Ja, aber das hört sich scheiße an. Gibt's kein besseres Wort? Gerade aktuell haben wir kein besseres Wort. Yes. Der Reinfall der Woche. Präsentiert von Crazy Buzzer. So ein Hund. Und zwar für die Choreo von St. Pauli, Freunde. Woo, Fun Swing. At least we tried. Vielleicht kommt dieses Teil rechts. Achtung auf dieses heftige Teil, was da rechts jetzt kommt. Bang! Ja, das ist auf jeden Fall von meiner Seite der Reinfall der Woche, Freunde. An dieser Stelle einmal ein dicker Kuss in den Chat. Prinzessin Mitra schickt uns einen Euro. Oh, was sollen wir machen für den Euro? Dankeschön. Also ich würde für den einen Euro nur Danke sagen. Andere würden sich bücken. Ich finde, Ahmet, Ahmet. Ahmet, Ahmet. So, abgeschlossen damit, Freunde, werfen wir nochmal einen Blick auf ein Gerücht. Auf ein Gerücht, was ich zu gerne wahrsehen würde. Und zwar der neue Trainer von den Perken soll unser Mann werden. Der andere war auch schon unser Mann eigentlich. Von Stefan Kunz geht's zu Jogi Löw. Ja, ich hab's. Ich wusste, er hat extra den Namen auch nicht gesagt. Was haben wir denn hier, Sabri? Kleiner Funfact, Freunde. Ich sag seit meinem ganzen Leben lang einfach nicht Jogi Löw, sondern ich sag einfach Löw. Und wir haben jetzt schon, keine Ahnung, wie viele Videos rausgefunden, wo ich das immer wieder sage. Deshalb, Jogi Löw, Gerücht zu Türkei. Türkei, Türkei, Türkei. Wär das lustig. Wär schon sehr lustig. Ich fand auch richtig geil in diesem Gerücht. Also Stefan Kunz soll gefeuert werden, soll schon gefeuert sein nach diesem Freundschaftsspiel gegen Japan. Also ihr müsst überlegen, sehr krass. Japan gegen Deutschland, die gewinnen 4-1, oder? Oder 3-1, das haben die gegen uns gemacht? 4-1. 4-1. Dings ist gekündigt. Hansi Flick. Hansi Flick. Eine Woche später, drei Tage später, Türkei gegen Japan. Stefan Kunz wird gekündigt. Nach dem Japan-Spiel. Hier haben wir die Deutschen auseinandergenommen. Japaner spielen aber auch geilen Fußball momentan. Ja, ja, ja. Können wir nochmal auf das Ding. Ich würde gerne da noch in diese Comment-Section kurz reingrinden, weil da waren ein paar geile Kommentare auf jeden Fall. Ja, shalamu alaikum. Jetzt müssen wir aber auch erstmal diszipliniert den Gegner anlaufen. Shalamu alaikum. Shalamu alaikum. Und dann ist er so. Shalamu alaikum. Da gab es ja noch eine andere geile Antwort, oder? Da gab es noch eine andere Antwort, oder? Oh, Digga. Ne, mach mal weitere Antworten anzeigen. Ist das Young Yogi Löw? Young Yogi. Da gab es noch eine andere lustige Antwort, was er sagt. Können wir nochmal runter? Noch mehr Anzeigen? Ich glaube, du hast schon darauf geklickt, oder nicht? Komisch. Hast du nicht auf... Ne. Ne. Schade. Aber auf jeden Fall wäre es sehr, 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 sehr funny. Sehr, sehr funny. Eins in den Chat würdet ihr Yogi Löw fühlen bei Türkei oder Nath? Shalamu alaikum. Shalamu alaikum. Yogi Löw, Alter. Crazy Frog. Crazy Frog. Ey, Freunde, wir springen hier von Punkt zu Punkt. Ich würde sagen, wir machen jetzt mal die Champions League, oder? Die ansteht. Und dazu unsere Tipps der Woche. Von niemandem präsentiert. Präsentiert von niemandem. Holen Sie sich jetzt Ihren Werbespot bei Duntime. Yes. Das können wir verdammt nochmal machen, Alter. Holt euch diesen verdammten Werbespot. Das sagen wir immer wieder. Präsentiert von deiner Mutter. Wir machen jede Woche hypothetische Tipps, Freunde, mit hypothetischen 2 Euro, um zu proven, dass es sich lohnt, Sportwetten zu machen. Dass es sich lohnt nicht. Hypothetisch. Dass es sich hypothetisch nicht lohnt. Und da jetzt die Champions League ansteht, Freunde, werden wir bei allen drei einen hypothetischen Schein nur auf Champions League Spiele machen. Wir machen mal kurze Zusammenfassungen von letzter Woche. Da war, habe ich gesagt, HSV gewinnt in Elversberg. War falsch. Ich habe gesagt, was habe ich noch gesagt? Was war der andere Tipp? Warte, ich werde mal kurz hier im Blick. Ich habe ja die Datei hier auf meinem Lab zu brau. Auf jeden Fall habe ich meine Wette verloren, Freunde. Also ich hätte meine Wette verloren, wollte ich sagen. Weil ich verkackt habe mit dem HSV-Spiel. Die anderen Spiele wären richtig gewesen. Waren sie aber nicht. Ich weiß gar nicht mehr. Das war sogar, die niedrigste Quote war HSV. Und das andere war das Zweitligaspiel. Nee, das Erstligaspiel war das, glaube ich. Genau, Heidenheim gewinnt gegen Bremen, habe ich glaube ich gesagt. Nein, hast du nicht gesagt. Oder? Du hast irgendwas mit Hoffenheim und Köln, oder? Hoffenheim gewinnt in Köln, habe ich gesagt. Genau, mein Festplatte wird gerade leider nicht erkannt. Ähm, und, äh, das andere habe ich leider vergessen. Auf jeden Fall wurde es nix. Jetzt hier meine Tipps, neun Tipps der Woche, Freunde, zur Champions League. Da habe ich, äh, meine virtuellen zwei Euro hypothetisch auf... Oh, das sind die alten Tipps. Das war aber letzte Woche. Freiburg BVB. Doch, hatte ich. Guck, Elversberg HSV. Ja? Ja. Dann wechsel einfach nochmal. Wahrscheinlich haben wir die im alten, im alten Dings reingeschaut. Hä, du hast gesagt, du hattest gesagt, du hast Bremen gegen Dings gehabt. Heidenheim. Achso, ne, aber Elversberg HSV, ich tippe zwei, Freunde, das ist da falsch. Das habe ich gesagt. Genau, das neu auswählen. Das hatten wir jetzt vergessen zu wechseln. Das, was falsch war, war Elversberg. Das ist eigentlich gut, dann können wir mal die alten Tipps nochmal sehen. Und dann, bam, bam, Bigolo. Hast du nicht runtergeladen? Du hast runtergeladen bei Downloads bestimmt. Ne, wir haben es nicht gechanged, wir haben es in der anderen Szene gechanged. Und dann haben wir Szenenwechslung gemacht. Ja, wir haben doch die komplette Szenensammlung gewechselt, deswegen. Change mal, ich glaube, es müsste funktionieren, wenn du das jetzt. Achso, ach, du hast es schon gechanged. Okay, I'm sorry. Okay, Freunde, wir wechseln das hier kurz rein. Benjis Tipps. Da sind die neuen Tipps. Okay, dann müsste es gehen. In den Downloads. Aber meins sieht aus wie Tipp 1, dass es meins zweimal war, ne? Mal gucken. Hey, ich kenne deine Videos, die sind voll krank. Du meinst bestimmt die von Ben, die die Stadion blockst. Die sind geisteskrank. Also, Freunde, Champions League Tipps der Woche. Ich habe mich entschieden für AC Mailand gegen Newcastle und bin all in gegangen, nachdem Mailand 5-1 gegen Inter verloren hat. Also AC 5-1 gegen Inter verloren hat. Dass Newcastle AC Mailand im San Siro wohlgesagt mit Handicap wegrasiert. Das heißt, mindestens 2-0. Hell nah. I'm sorry. Kann sein, dass... Don't do it at home, man. Don't try this at home, man. Dann habe ich natürlich wegen meinem Galat-Trikot hier heute, Freunde, Galatazerei gegen Kopenhagen mitgenommen und sah Galatazerei gewinnt zu Hause gegen Kopenhagen. Mauro Icardi. Und das dritte Spiel ist Sevilla, wo jetzt Luque Baggio mit Ramos zusammenspielt. Hat sein Debüttreffer gemacht. Ja. Spielt jetzt gegen den französischen Verein Orsay-Lenz-Lenz. Und die gewinnen zu Hause, sage ich. Fliegen mal nicht in der Gruppenphase vielleicht raus. Who knows? Who knows? Ja. Aktueller Konnestand bei mir minus 8 Euro. Von möglichen minus 8 Euro. Don't try this at home. Das spricht, glaube ich, für sich an dieser Stelle, bin ich mal klar. Was hast du letzte Woche getippt, Sabri? Okay, wir starten wir bei letzte Woche. Letzte Woche bin ich reingestartet in den Freitag. Super knackig fresh mit einem Harry Kane-Treffer. Hast du schon mal dran gedacht? Ist gekommen. Dann habe ich gesagt, dass... Was war noch? Ach so. Dann habe ich gesagt, dass Schalke und Magdeburg beide treffen. Das ist ebenfalls passiert, auch in Fülle. Aber Pauli wurde auf einmal zu Prime AC Mailand tatsächlich so mit diesen ganzen Fernschüssen. Die haben nur so krasse Dinge geknallt und haben Holstein-Tee gerazert. Mein Tipps. Weil du gerade schon bei Grazrei gestartet bist. Ich habe auch viele Comments heute gesehen. Ich weiß nicht, ob du den Chat ein bisschen geachtet hast zwischendurch. Die haben Leute geschrieben, oh, du bist unser Mauro Benji und so. Die haben es auf jeden Fall gefeiert. Einige Jim-Bom-Bom-Pos. Türki, Türki, Ultraslan! Yes, ich sage, Mauro Icardi. So sprechen die dann auch mal. Mauro Icardi, Mauro Icardi! Okay, sagst du gewinnt. Ich sage, Mauro Icardi macht ein Tor, wir werden uns freuen. Mauro vom Manchere, Peach, aber im Gala-Trikot. Warum? Oh, was hat er gemacht? Der hat eine Vergangenheit, also... Seine Freundin? Ja. Oder Frau heute noch? Ja. Damals, als die richtig jung waren, war das die Freundin von Maxi Lopez. Kennst du noch den Spieler von Parma? Ja. Genau, und von dort kennen sich auch Mauro Icardi und er. Und Lopez und er waren Freunde. Ja. Und dann kam halt er einfach mit der Freundin zusammen, mit dieser Wanda. Okay, mit der Freundin von Maxi Lopez. Von Maxi Lopez, der hatte auch mit dir voll viele Kinder und so. Und der, keine Ahnung, kam so auf jeden Fall zu Mauro, so auf den. Und dann Mauro hat sich auch die Kinder von Maxi Lopez auf den Arm tätowiert. Alter. Sehr weird. Tough. Aber who knows what was going on there? Maybe, you never know, man. I don't want to judge too much. Aber das war auch der Grund, warum Mauro Icardi sofort, weil Maxi Lopez und Messi sind sehr gute Freunde, als Messi in PSG gelandet ist. Eine Woche später war Icardi geführt weg. Tough. Gut, zweiter Tipp von mir. Lazio Rom versus Atletico Madrid. Ich denke mal, das wird jetzt kein Banger des Grauens. Aber ich kann mir vorstellen, dass Atletico da ekelhaft, wie immer, einen dreckigen Punkt mitnimmt. Nicht einen Punkt, sondern dreckig drei Punkte mitnimmt. Ja, einen Sieg mitnimmt, ja. Und dann Braga in der Gruppe von Neapel, in der Gruppe von Union gegen Neapel. Ich glaube, Braga wird Letzter in der Gruppe und Neapel Erster, meines Feelings nach. Nicht Real Madrid. So, nicht Vorletzter? Achso, das sage ich jetzt. Vielleicht habe ich es auch in meiner Dings anders gesagt. Ich sage gar nichts mehr. Genau. Neapel gewinnt in Braga, sage ich, in Portugal. Und Jvitsa-Gvaraschelia ist gerade ein bisschen... Ey, ich habe einen Meme gesehen. Scheiße, das hätte ich rausholen müssen. Nein, Alter. Du musst unter der Woche mehr an die Show denken. Wirklich, Alter. Dieses Meme war zu geil. Einfach Jvitsa-Gvaraschelia wird gerade gehandelt bei Men U. Und dann war so das Bild so... Oben das Bild, Faraschelia bei Men U. Und dann so unten, his wife. Und dann sind so Szenen von Zlatan Ibrahimovic. Oh nein. Wie die alle so heulen so. Weil alle Wingers von Men U gewalttätig an Frauen gegenüber gefühlt. Kam es da irgendwie... God damn, Alter. Naja, ist natürlich Jokes. Also schlechte Jokes, aber irgendwie auch... Irgendwie auch ein bisschen... Ihr wisst, so ein schwarzer Humor-Malte ist ein bisschen Party auf jeden Fall. Okay, also, Abteil in Deutschland, 7,27 Euro. Bisher hast du einmal gewonnen und sonst auch alles verloren. Sonst auch alles verloren. Aber immerhin einmal mehr gewonnen als so. Ja, sick gelangen. Okay, Niklas-Tipps of the Week. Ich bin erster. Ja, beide sind sofort drin. Letzte Woche schalte ich einfach drauf. War auch ein L, ne? Ähm... Ah, das sind ja gar nicht meine. Doch. Nee. Nicht? Das ist ein Mix. Das ist meins ein bisschen. Der Kontostand ist von Niklas. Damn. Das ist ja Sociedad und AC Mailand ist richtig. Also du kannst, musst bei zwei und drei weitermachen. Ja, ich hatte hier so ein Problem. Ja, du hattest als erstes Dings Real Union, oder? Ja. Ich habe die einmal, aber ich habe die aussehen unter meinem Namen abgespeichert. Und dann dachte ich, hätte ich es schon ausgebessert. Das tut mir leid. Das ist mein Fehler. Oh, yo, 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 yo. An dieser Stelle ein dicker Kuss in Richtung Bremen. Toughes Spiel, meine Freunde, Cousins und Cousinen. Wir haben über das Spiel schon gesprochen heute. Aber Kuss für den Raid von Real Niko, der uns ja einige Leute vorbeischickt. Welcome, welcome alle. Wir gehen auch schon dem Ende zu. Wir sind bei unseren Champions-League-Tipps. Aber ihr könnt gerne auch nochmal mit reinhauen, was ihr denkt bei den Spieltagen. Also machen wir ganz schnell. Eigentlich ganz oben habe ich Real gegen Union. Real gegen Union wird weggeklatscht. Egal wie, auf jeden Fall mit zweitem Anstand. Handicap. Minimum. Real, genau. Dann sage ich Newcastle, ja, reichster Kurs der Welt. Wir sind stark unterwegs von Milan weg und hinter Mainland auswärts. Newcastle ist der reichste Klub der Welt? Also der Owner ist, glaube ich, der reichste Scheich, der in die Spielzeit kommt. Om du la, komm nach Berlin. Ich finde aber Newcastle trotzdem, obwohl die diesen Scheich haben, machen die gar nicht diese Moves. Ja, nee, die machen voll smart, so alles Underdog-mäßig, übertreiben nicht so mäßig. So kann man dann auch gar nicht so krass gegen sagen, so gefühlt, wenn das so alles noch so in diesem humanen Bereich ist und nicht so wie City so einfach das teuerste Angebot halt abliefert und dann den Spieler sich selbst schnappen. Natürlich haben die auch einen Pep Guardiola, der immer dafür spricht, dass ein Spieler auch dahin wechselt. Apropos Pep Guardiola. Yes. Jeremy Doku. Ah, ich dachte, die neue Sky-Doku über Jeremy. Die behauen eine Fragrance-Doku raus. Nee, Jeremy Doku, belgischer Spieler. Ja, City, krass Doppelpack, ne? Boah, Digga, das Spiel zu geil. Doppelpack. Zu geil, auch Pascal Groß, Tor geschlossen gegen D.A., es sind viele Sachen auch passiert dieses Wochenende, auch in anderen Ligen. Pascal Groß hat offiziell Dings rausgeknallt wieder, Manu. Die haben ja, glaube ich, 3-1 gegen Brighton verloren. Wirklich? Ja, 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 ja. Richtig am kriseln, also wild, wild. Tough. Pascal Groß hat wieder getroffen. Und das ist so, why always him? Weil er trifft oft gegen Manu. Ah, er immer gegen Manu trifft, ja? Ja, er trifft eher gegen Manu. Nicht schlecht, ja, nicht schlecht. Wie sieht denn die Tabelle aktuell aus in der Premier League? Brighton ist die Nummer 1, ne? Ist Brighton der erste? Ich glaube... Manu, 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 Brighton. Oh, oh, hä? What the fuck? Okay, Brighton ist auf der 5, krass. Aber auf der 5 ist ja auch schon krass in der Liga. Tottenham auf der 2? Tottenham hat sich doch richtig spät. Richardi ist noch eine richtig lange Flaute, hat endlich mal wieder spät geknallt, Tor und Vorlage. Kulusewski, boah, war das auch ein Tor. Das war geil. Dieser Dreh am Ende war geil, Alter. Habe ich nicht gesehen, ich habe nur Arsenal gesehen. Wie bist du drauf so? Bist du so jemand, der so Tottenham das gönnen würde, mal so ein Championship zu holen? Oder bist du so auf den Ha-Ha-Tor? Oh, es ist mir eigentlich scheißegal. Vollkommen egal? Es ist mir vollkommen egal, ja. Wie ist das bei dir? An sich würde ich den nochmal... Lieber Arsenal. Du bist ja eher so Arsenal-Fan, dann müsstest du eigentlich Spurs gar nichts gönnen, theoretisch gesehen. Ja gut, ich bin ja auch Hertha-Fan und Kaiserslautern-Fan, äh, Kaiserslautern-Fan. Also von daher, äh, äh, das ist mir scheißegal. Aber ich finde es geil, was Brighton für den Fußball spielt, das Arsenal-Game. Du bist ja auch ein Hut. Die haben lockerflockig gewonnen, war aber trotzdem ein toughes Match bei Arsenal. Also war auch nur ein 1-0. Kai Havertz hat keine Rolle gespielt, kam am Ende nochmal rein, aber... Ah, das war das erste Spiel, wo er eingewechselt wurde dann auch mal? Das weiß ich gar nicht so genau, aber... Können wir raufklicken, klicken wir auf Arsenal? War jetzt... War natürlich ein lockerflockiges Spiel, war auch ein schönes Tor am Ende von, äh, Trossard, glaube ich. Ah, es lief gestern Abend bei Sky, deswegen habe ich es mir nochmal reingezogen, aber... Sein Aufstehung? Es war schon dominant, guck mal, Ballbesitz, 26 Prozent für Everton, Digga. Es war schon sehr, sehr dominant. Und ich würde eigentlich gerne nochmal in das Stadion von denen gehen, weil es die letzte Saison, in dem jetzt Everton in dem Stadion spielt, weil das ist auch schon aus 1800 irgendwas, das ist über, über 130 Jahre altes Stadion. Ähm, ab nächster Saison haben wir Neues. Ja, deswegen würde ich da eigentlich gerne auch nochmal theoretisch schon mal gucken, was wird. Ja, nein, bin ich bei dir. Bin ich bei dir. Ich glaube, warte. Schön, dann sind wir durch für heute, ne? Wir sind durch heute, hatten ein knackiges Programm. Ja, Mann. Hatten Klaus Cazilla am Start. Wir haben heute schon nicht jedes Spiel angesprochen und haben trotzdem ewig gequatscht, ey. Wow. Das macht mir sehr viel Spaß. Ja, aber so ist es doch gut. 20 um 20. Ich hoffe, ihr habt auch Spaß zu Hause. Wir haben eigentlich alle Spiele, ich finde es gut. Bisschen mehr auf die, wo man halt ein bisschen mehr hat. Chat, ihr könnt auf jeden Fall gerne Feedback geben, wie ihr das Ganze heute fandet. Uns hat das sehr viel Spaß gemacht. Wie immer, wir kommen sehr gerne für euch auf Montag um 18 Uhr live, wenn es dann wieder heißt, Dime Time. Welcher Fußballverein hat am Wochenende diese Musik gespielt? Das war, kam so dieses Undertaker. Dong. Das war gerade eben St. Pauli. Das war Pauli. Ja, aber der, 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 der ist John Cena. Ich weiß. Hell's Bells bei Pauli. Dong. Sind das nicht Undertaker? Dong. Also es kann ja auch sein, dass Hell's Bells auch Undertaker ist. Dong. Weil das war ja dieses von... Machen wir Hell's Bells und Undertaker, oder? Ja, Hell's Bell ist dieses... Dun-dun-dun-dun-dun. Dun-dun-dun-dun-dun. Nee, Undertaker ist was anderes. Na gut, die Freunde. Freunde. It was a fucking pleasure. It was a pleasure. Wir checken, ob es morgen spontan eine Watchparty gibt. Maybe not. Maybe it will. Wenn nicht, wenn ja, dann findet ihr es auf jeden Fall in unseren Storys. Wenn nicht, dann nicht. Ansonsten. Sehen wir uns. Ja. Auf jeden Fall. Spätestens. Wow, nächsten Montag. Nächste Woche. Ja. Montag. Wie auf dem Kanal. Wenn es dann wieder heißt. Dime Time. Freunde. Hat sehr Spaß gemacht. Sexy Playboy. Shalamu alaikum. Wie Jogi Löw sagen würde. Lauf geht's, Karla. Jetzt mach mal. Lauf. Lauf ich mal gerade da kurz, gell? Löw. Löw. Löw.